also spielen wir eine runde pokémon snap pam pam ist nummer 69 im pokédex ich bin in dem menü gerade weil ich für self haben ein paar screenshots machen musste also warte ist er gerade nein okay das kurze wer was in der szene wer weiß wie für dick mehr denke ich weil was meinst du lebensmittel wegwerfen außerdem von der infinite 18 monate resub wie wir dem dank vielleicht ist morgens mit erstgewohnheiten seiner freunde ist die überschätzt die menge an freunden die ich habe wo wir beste hingehen wollen wir direkt den sie machen erst ein spaßiges level danach machen wir den schwachsinn machen wir den guten rosa strand und danach machen wir den bosskampf denke ich wie hat man das spiel noch mal gespielt ist schon wieder diese ganze woche her ich weiß gar nicht mehr wie es funktioniert also moment wir hatten schon gutes cupbox bild schaust du zu mir her oh der schaut zu mir rüber moment das ist bekomme ich hin nein nein bleib hier mal nochmal ja gut genug vielleicht sieht das aus der pose wer weiß das schon so dann haben wir inzwischen auf jeden fall auch diese kugeln darf ich nicht vergessen alzheimer was alzheimer was ist das eigentlich ist das mais wer hat hier sein maismond verloren so was könnte okay sein oh machst du was wenn man dich bewirft was ist hier guck aber macht ein nickerchen anscheinend ist das dein lieblingsplatz beständlich ist ein guter platz so dann habe ich hier wo den diamanten na warte war ich ja nicht doch dahin ist es was bringt das jetzt kommen die blubella jetzt raus ja was denn was denn jetzt was wollen wir das jetzt sagen mach doch was du dummes teil das gras scheint sich etwas zu verstecken muss ich einen apfel reinwerfen oh jetzt kommen sie aber muss das lied spielen damit sie auftauchen hier ist das lied noch mal ich bin nicht überzeugt davon möchte ich einfach nur sie tanzen zusammen zählt das als irgendwas jetzt ich scanns ja schon ist ja gut spiel ja ich schmeiß gleich mal die pokeflöte an jungs vielleicht zählt das als eine pose vielleicht bekommen ein gutes vivillon bild hin aber wahrscheinlich nicht wir sehen wie die mir zugewunken haben fing mal noch mal und er winkt nicht er ist nicht so freundlich wie die anderen irgendwo war ja glaube ich auch noch tellerie was machst du da oben vielleicht hat er das zu seinem nest oder sowas so pokémon snap war ein massives upgrade für goofer ich meine es ist das pokémon mit es tanzt 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 korazon das pokémon mit der hand wollt ihr einen apfel vielleicht mysteriös das ganze also mein lund berg hat 20 monate wie viel lieben dank glaubt ihr ja wer wer buddelt da auch das sind flunschlich dann sagt tellerie will stelle will stunk machen na ich glaube nicht schade oh hoho das ist ein skater oh jetzt geht es richtig los pikachu sei auch ein skater los geht's hier frisst ein apfel behalte dich doch ich habe keine zeit keine zeit für dich wir müssen den surfer äh oh das ist ein gutes bild das erste davon zumindest oh und ich bin voll oder leer je nachdem wenn es sehen will wuff goofer das beste potenzial für twitch emote nein ich weiß nicht also wir haben neues krab box nehme ich ein stern krab box wirklich nein okay nehmen wir das mit kokowai das schlafte kokowai ist nichts neues aber versuchen wir es trotzdem blubella drei sterne welches drei sterne blubella will ich mitnehmen hm ich denke wir nehmen das relativ mittig nicht unbedingt optimal von der größe aber sie leuchten beide und sie tanzen miteinander das heißt das sollte okay sein pikachu ist nutzlos aber vielleicht besser als das andere goofer das mit der hand ist ein stern mit den jungs kann man sterne stein und papier spielen die sind bereit ich würde mich ja für äh für die faust äh für den stein entscheiden ehrlich gesagt nehm wir die wibbeljong hatte ich diesmal das ist gut oder ist das gut wir versuchen es von dem habe ich auch noch nie eine andere pose oder so hinbekommen hm oh da habe ich schon die 4000 dann würde ich sagen wir versuchen es mit dem korazon nehmen wir nehmen wir das das ist mittiger oktillerie ja das ist mies und alola raichu hm da ich weiß wie das spiel punkte zählt würde ich sagen das könnte ein diamant werden ok los geht's außerhalb von rudy theo neun monate resub pippe lieben dank also das ist das sind mehr punkte als dieses dumme bild geben sollte ehrlich gesagt kokowai kokowai oh die größe oh was warte es ist schlechter ich wollte jetzt sagen ob das besser ist aber nein es ist ein bisschen schlechter wo war das raichu gut das werden wir gleich sehen neis timinge oh 4146 das ist eine menge von punkt mit der ich was anfangen kann pikachu komm schauen immer noch nicht die 4000 aber dachte ich mir an dem punkt fast ehrlich gesagt ich habe nur schlechte pikachu bilder die anderen waren besser nein 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 glaub mir wenn pokémon groß im bild ist ist es halt und halbwegs mittig ist es halt immer gut vom spiel her hey ich habe das kein diamant ist dein ernst komm schon nein auch dieses mal wieder nicht eines tages werde ich das diamant vivillon bekommen ich weiß noch nicht wann Scorazon könnt ihr hinhauen oh yes los dann von Markus Schatzger äh das müssen ein resub sein äh vivi lieben dank so dass es 3200 Punkte gibt die Punkte werden was anderes sagen aber meine Meinung zählt er denn da ist auch so ein gutes Bild pass auf Pose dieses Verhalten sieht man nicht oft mit etwas besserem Timing wäre das schönes Foto gewesen was mit etwas besserem Timing okay das ist nicht gut ich meine die Pose hat halt ziemlich reingeschissen aber ansonsten eh akzeptabel sind 3650 Punkte also meine Noinator äh elf Monate resub wir sind noch gar nicht auf Level 3 in dem Gebiet aber ich würde sagen wir werden jetzt das machen was ich eigentlich nicht wirklich machen will und das ist nen Bosskampf ich will den Bosskampf nicht machen aber ich fürchte an denen führt kein Weg vorbei also Zeit für die Illumina Zone ne ich meine es ist ein Bosskampf der Trick ist den Gegner mit Äpfeln zu bewerfen hab ich gelernt oh ich hoffe es wird nicht wie der ähm Ramoth Bosskampf der ging einfach ewig oh das ist ne coole Gegend hier gerade direkt unter dir sie kämen eigentlich im Weg ich hab die ja noch das ist ein Schlängli okay aber jetzt wird es ernst es ist Schlangenzeit uuuh uuuh wenn es an die Oberfläche kommt Lumina Kugel einsetzen notiert komm doch an die Oberfläche mach mich jetzt nicht schwach komm doch mal rauf komm schon was machst du denn sei doch jetzt nicht so ach Gott diese Bosskämpfe sind dumm oh ich muss erst nen Samtapfel werfen okay verstanden hier versteht sich bestimmt noch irgendwo ein anderes Pokemon scheint die richtige Umgebung dafür zu sein also Milo jetzt ist es trotzdem schon oben gewesen aber der Apfel schwimmt heute nicht ich mag es übrigens dass ich noch gesagt habe vorhin oh der Trick ist einfach ein Apfel werfen und dann oh Gott und dann äh läuft das schon alles und dann sofort als die Stage begonnen hat habe ich vergesst dass ich ihn Apfel werfen wollte Minotec ist so riesig nein 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 komm mal noch mal raus ich mag diese Bosskämpfe wirklich nicht ich habe halt wirklich hier das Gefühl dass es nur Zeitverschwendung ist ich meine macht das irgendjemandem Spaß tauch auf tauch auf tauch auf oh oh das war es oh mein Gott wir haben die perfekten Bilder wir können direkt aufhören wir müssen gar nicht weitermachen ich werde meinen Controller zur Seite legen wir haben es nämlich bereits geschafft wir haben genau das für das wir hier sind der Money Shot yeah oh was oh okay da ist auch eine Blume die man abwerfen kann sehe ich gerade ich denke nicht dass ich in der Lage sein werde sie zu treffen aber das heißt nicht dass ich es nicht versuche da ist Minotec okay es reicht also wenn man es einmal zum leuchten bringt warum müssen diese Stages aber so lange gehen das ist halt wirklich bisschen nervig dann sind wir jetzt am Ende sobald die Lumina Pokémon nicht mehr fotografieren muss sind die Level cool mach das ja gleich nochmal dann hast du andere Pokémon dabei oh oh dann ist vielleicht sogar das Ramote Level nicht mehr fürchterlich okay aber ich würde sagen wir haben ein gutes Milotec bekommen zwar nicht das springende da habe ich leider komplett versagt aber ich denke ich habe trotzdem ein zwei gute Bilder bekommen auf jeden Fall besser als meine dummen Ramote Bilder aber über die will ich gar nicht erst nachdenken bei Migraine gibt es auch noch mehr Pokémon dann sollte ich da auch noch hinschauen außerdem Shiori äh 28 Monate wie viel lieben Dank als ob das gerade mal zwei Sterne sind die Frage ist halt will ich zwei Sterne oder will ich einfach das perfekte Einstern Bild ich würde nämlich fast sagen ich nehme das perfekte Einstern Bild mit was würdet ihr sagen zwei oder ein Stern die 19 wäre ziemlich gut wenn ihr mich fragt 19 oder 17 nein die 18 19 oder 18 19 oder 18 die 18 ist halt auch ziemlich gut ich sehe mich gerade dass der ganze Schweif da noch mit drauf ist hm die Niete hier ist keine Niete sehr schöne Leute sind sich absolut nicht einig aber ich glaube es sind mehr für die 18 nehmen wir die 18 der Blickkontakt wird halt nicht gut sein uuuuuh 1776 für die Pose uuuuh Blickrichtung nicht gut aber uuuuh 5189 ist das unser wertvollstes Bild damit die Pose ist halt so äh cheap die ist einfach so äh man kommt damit einfach immer irgendwie hohe Zahlen raus also von Markus Schatzer 100 Bits wie viel lieben Dank war da ne 19 19 war bei einem Stern Level 2 aber glaub mir da war äh äh da war ne 19 Level 2 das will ich auch hoffen aus dem Fluorcode 14 Monate resub wie viel lieben Dank soo dann halten wir mal die Augen nach Veränderungen offen Rasterfolie Übrigens danke dazu Lumina Pokémon gibt es etwas Neues zu berichten ok Moment Moment bei ähm Album speichern äh oh Gott das war äh das war die 19 ich mein wär für sich auch ein gutes Bild gewesen weil Ramon war 5300 oder so dieses Ramon Bild war nicht mal mittig das ist das Schlimmste es war nicht mal fasziniert oder so es war einfach nur schlecht das sind von Philipp 4 6 5 5 13 Monate resub viel viel lieben Dank huch ich will übrigens äh schauen was ich heute Pokémon Snap durchspiele die Sache ist nämlich ähm Fully will morgen ein Vollzeitradio aufnehmen ein weiteres Lumina Pokémon ja 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 er will Vollzeitradio aufnehmen über New Pokémon Snap und äh dafür wäre es ganz forthaft wenn ich vielleicht durch wäre mit dem Spiel es gibt vier Lumina Pokémon hat er das gerade gesagt ich fahre mich auch überhaupt noch in euer Level kommen an dem Punkt ja hallo na knippst du schön äh viele schöne Fotos ich habe euch doch neulich empfohlen hier im Basiscam Fotos zu machen stimmt's ja es gab richtig viel zu sehen erst wenn ihr aber nächstes Mal von einem anderen Punkt aus startet oh yes okay dann können wir vielleicht auch ein Bild von dem Mogelbaum machen alles Gute zum Goku Day ja alles Gute zum Goku Day wie verbringt ihr euren Goku Day und ja äh er hat was von Todd Howard heißt das nicht sogar auch Todd? Moment wir wollten Lumina Zone Hörte Cop was macht ihr denn hier? oh nein die Capadore komm mal raus oh es ist draußen oh oh Wira Sam ist auch da ups ha die Frage ist natürlich bekomme ich ein gutes Smilotec hin oh nein oh zählt das? vielleicht zählt das noch hm so ich habe bisher Luturzel ähm bleibt Miliothek so leuchtend? nein nicht wirklich wir haben bisher Luturzel oh hallo Luturzel Carpador Carpador und ein paar Bisasamen gesehen hehehe schau mal rüber wo ist Miliothek? oh ein schlafendes Tromborg oh wenn ich da die Blumen erwische wird das ja so sehr aufwachen oh das war gut wo ist Miliothek hin? da ist es ja Miliothek schwing mal deinen Schlangenkörper hier hoch vielleicht auch da wo ich dich erwischen kann wo ist es hin? ich habe gesagt wo ich dich erwischen kann das ist nicht gut aber dafür komm schon die Blume wir müssen die Blume erwischen wir haben sie wir kommen das Tromborg noch hin keine Sorge was macht das Carpador? hetzt das Smilotec nicht so ich müsste es nicht so hetzt wenn es sich beeilen würde hm wo ist Miliothek jetzt überhaupt? ist es jetzt schon weg? wo ist mit dem überhaupt? oh da ist es! Miliothek! hey! komm mal hoch! und da ist ein Seepi-Royal das sehe ich komm schon nein! triff! triff doch! sehe ich was? keine Zeit zu verschwenden damit oh oh das war gut unter Umständen schau mal rüber dumme Schlange hm 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 ist das Smilotec cancer oh das schlaftes Dach Psyana wach auf! mach ne Pose egal wir haben es drauf bekommen hier sind ne Menge Pokémon zu fotografieren auf einmal hu das war stressig ich habe das Gefühl diesmal war nicht ein gutes Bild dabei ehrlich gesagt dann wiederum ich glaube wir hatten ein gutes Loturzel ansonsten schwierig sehr sehr schwierig würde ich sagen es hat gerade angefangen eine Pose zu machen und du schaust weg ich war zu weit weg an dem Punkt es wäre sowieso an dem Punkt für eine Pose viel zu klein auf dem Bild gewesen ich war auch nur noch äh es wäre auch nur noch von der Seite zu sehen gewesen kein gutes Bild also was haben wir alles die Capodore ziemlich mies wie üblich was ist dreistellen Milothek oh dreistellen Milothek ist das das sich mit äh sehr trivial unterhält nehmen wir mit du Turzel hm ich schätze wir nehmen das schlafen schlafenes Tromborg ziemlich aufregend jetzt haben wir jetzt zwei Sterne Pose oh von all den Bildern kein da war kein Serpe Royal Bild dabei oh das ist nicht gut Sianer ich schätze wir nehmen das schlafene Sianer mit ok außerhalb von Schub 2332 er frischer Sub wir lieben Dank schlechte Capodore ich habe das Spiel gefüllt wie nach drei Tagen liegen lassen warum ooooh 5400 das ist einfach das ergibt nicht mal Sinn an dem Punkt das ist einfach nur dämlich dumme 5400 Punkte Pose ja das schlechte das Tromborg ist ok ja könnte ok sein 3500 das ist durchaus in Ordnung und Sianer komm schauen das ist doch auch das ist doch auch in Ordnung 3300 hm sollte es noch mehr Sianer irgendwo zu sehen geben ich habe gemerkt dass ich niemals Bloodstained durchgespielt habe aber jetzt spiele ich wieder Snap wie war du hast das Spiel nach drei Tagen gefühlt wieder liegen gelassen weil dir aufgefallen ist dass du Bloodstained nicht durchgespielt hast da hast du Bloodstained durchgespielt und dann spielst du wieder New Pokemon Snap das ist eine sehr verwirrende Geschichte sind diese besonderen Pokemon Bilder nicht generell über 5000 ja irgendwie schon hallo ich bin so froh dass ich wieder Weichspüler habe du bist so froh dass du wieder Weichspüler hast ja es riecht so gut es riecht einfach so gut verstehe sie weiß ich will ein gutes von den äh Carpador Bildern haben ne jetzt ist sie wieder gegangen Carpador tu mir doch jetzt nicht das an und du geh weg ja verdient wo ist Carpador wo ist jetzt hin ihr habt mir das angetan er ist auch noch wieder ein Platscher Carpador ein Platschador das bringt jetzt auch nicht so viel kommt schon Milotec nein lass dich nochmal treffen hier ist ein Apfel nein nein hau jetzt nicht ab ach Gott wer ist immer noch nicht ganz was mit dem dieser Samen da drüben auf sich hat hm ich finde so bis jetzt ist mein Pokemon Snap ziemlich gut ok hier haben wir noch ein paar Carpador so hey na ich dachte ich kann das ganze auch mit dem Apfel erledigen komm schon Milotec zeig dich nein hau jetzt nicht ab nein nein es funktioniert so nicht wenn du einfach abhaust was ist hier markiert halte Ruine was sollen die antike Ruinen mir sagen ha so behalten wir das Milotec mal im Auge vielleicht interagiert es noch mit ein paar anderen Pokemon oh yes oh war das gut oh yes oh mein Gott schaut euch an wie riesig das ist da ist ein Vulnona oh mein Gott kuschelt das Vulnona oh mein Gott ja haben wir das gesehen oh mein Gott das war ein paar actionreiche Bilder wenn ihr mich fragt geht es nicht wieder Vulnona oh mein Gott ich treffe die Blume auch nicht ich treffe sie nicht mal fast ich glaube er ja dafür bin ich jetzt vorbei naja ich hab's versucht okay ich hab's versucht so wo ist äh Milotec jetzt wieder hin ach das klappt einfach nicht aber jetzt ist Milotec wieder abgehauen nehme ich an schaffen größer als versuchen hey 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 sollte es Vulnona als Feuerpokémon nicht Angst vor Milotec haben was höre ich da gerade oh ihr beiden ich sage nein solltest nicht mach doch was Psyaner äh äh da passiert nichts ich glaube Milotec taucht da auch nicht auf mach doch was ne jetzt haut's ab was hat denn der Aquaknarrie gemacht kommt schon Luturzl nein huu wir sagen Pokémon Snap lohnt sich ja ich wurde übrigens auch nie bei ich wurde noch nie irgendeine Frage beim Leben so oft gestellt wie äh lohnt sich Pokémon Snap ha 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 Ventress Milotec irgendwann äh Na bei Psyaner dran muss es hoffen na oh Semperal Obama 5 Monate resub vielen lieben Dank hm ich nehme es gar nicht erst mit Sam ebenfalls Kecleon war ich leider zu spät uh das wäre auch ziemlich cool aber wir nehmen das 1 Sterne Milotec dieses Mal mit mir gefällt hm das Problem ist dass da sein ganzer Körper nicht mit drauf ist aber wir nehmen das hm na versuchen wir es Tromborg leider soweit auch nichts Neues wir haben aber ein neues Psyaner das 1 Stern Psyaner versuchen wir das mit den geschlossenen Augen ok So als den Titel vom Stream an einen Mogi fotografiert Pokémon in Klammern es lohnt sich warum inwiefern lohnt es sich also ich habe noch keine Ahnung wie ich ja an die 4 Sterne äh Milotec Pose kommen könnte äh schlecht ist so Turze ich hätte ja 2 Sterne Bild wo der Baum mit drin ist genommen nein aus dem davon weiß ich nicht genau welches du meinst ehrlich gesagt so bekommen wir das auf Stufe 3 ok vielleicht weil es sich lohnt das Spiel zu holen verstehe verstehe ich hatte meine Aussage von vorhin schon wieder komplett vergessen Ich glaube, die Ervoraussetzung bei Lumina-Pokémon ist ein Bronzebild zu bekommen. Ich glaube, das ist nicht möglich. Wir machen jetzt nochmal, okay? Diesmal werde ich etwas aggressiver auf Milotik zugehen. Komm schon. Komm da raus. Ich wünschte, ich hätte die Carpador erwischt. So geht es. Was war mit dem Carpador gerade? Selbst wenn das ein wertvolles Carpador wird, dann werde ich mich nicht beschweren. Können wir das bitte nochmal versuchen? Was kann man mit dem Bisasam machen? Oh, hier sind die Luturze. Jungs. Oh, nein. Oh, hier kann man so gut die Luturze-Bilder machen, bestimmt. So, Milotik. Ich würde dich gerne... Oh, Moment. Dieses Mal denke ich dran. Oh. Schau mal her. Nein. Er macht sich unsichtbar, sobald man einmal... Oh, Gott. Er schaut so nicht hin. Was wollt ihr mir jetzt zeigen? Komischen Ruinen wieder? Ich weiß nämlich nicht, was die mir sagen sollen. Warte mal, kommt so nah an das Tromborg ran? Das wusste ich gar nicht. Hier hätte ich wohl dann immer nur noch Augen für das Milotik. Oder ist das generell gerade eine andere Route, die ich nehme? Ich würde schwören, das ist eine andere Route gerade. Okay, Milotik. Mach dich nützlich. Na, ist dann wieder Carpador, das hochspringt. Oh. Das wird ziemlich cool, ehrlich gesagt. Macht ihr das nochmal? Warum stimmt das Carpador jetzt so nah an der Oberfläche? Hm. Oh mein Gott, nein! Ich hab's verpasst! Das war die Vier-Sterne-Pose! Ich weiß es einfach. Wir können mir nicht sagen, dass es das nicht gewesen ist. Ach Gott. Und Milotik jetzt wieder ab? Yep. Milotik halt wieder ab. Wie wär's mit einem Apfel? Naja. Wie wär's für... Äh... Äh... Für dich mit einem Apfel. Erkundung beenden. Ach Gott. Du hast dich einfach zum Perfektmoment umgedreht. Es war... Warum war's auch so nah an mir dran? Ach. Egal. Das bekommen wir nochmal hin, okay? Komme ich nochmal hin. Ich will keins der Bilder. Vielleicht will ich ein Carpador. Ah. Ich denke auch nicht. Warte, ich hab zwei Sterne Luturze. Das bekomme ich besser. Nehmen wir trotzdem mal mit. Zwei Sterne Kegleon! Gut genug. Wir haben ein neues Serpe Royal. Drei Sterne. Sehr schön. 15 war gut. Zu spät. Was war dein bestes Bild bisher? Ich weiß gar nicht. Abseits von den, äh... Äh... Lumina-Pokémon hatte ich keine übermäßig guten. Das Kegleon ist schon wieder nicht Diamant. Ach, komm schon. Wo sind die Diamanten? Und willst du manchmal keine Bilder aus? Die geben noch XP. Geben sie. Ich dachte, die geben nur deine Erfahrungspunkte, wenn sie, äh... Äh... Wenn sie neuer Rekord sind. Ich wusste nicht, dass, ähm... Nutzlose Bilder auch welche geben. Das Problem ist, ich würde gerne mich um die, äh... Luturze kümmern. Aber gleichzeitig... Brauche ich auch Milotech. Ich denke, das ist Milotech hat erstmal eine höhere Priorität. Aber... Jetzt habe ich doch alle Zeit der Welt, um mich um die Jungs zu kümmern. Schau doch zu mir rüber. Komm schon. Friss den Apfel. Yes! Oh, schau dich Luturze an, wie es den Apfel frisst. Oh, perfekt. Okay. So weit, so gut. Puh. So weit, so gut, würde ich sagen. Dann nehmen wir noch einen Milotech mal eben mit. Ich denke, wenn man dreimal Milotech erwischt hat, wird es seine Windhose machen, was auch immer das war. Shit. Okay. Wo ist es hin? Da ist es hin. Friss den Apfel. Friss den Apfel. Der Apfel! Yes! Das Problem ist, war es gut, das von hier aus erwischt zu haben? Ich weiß gar nicht. Ah, nein. Yes! Wir haben es erwischt. Okay. Ist da eigentlich irgendwas? Ist das, als ob da irgendwas sein sollte. Okay. Jo, Tromburg! Ja, vielleicht sieht er das als neue Pose. Ich hasse übrigens, dass das, wenn Milotech ins Wasser springt, dass das nicht als eine neue Pose gilt. Komm schon! Nicht die Carpadore! Yes! Komm schon! Wir brauchen die Windhose oder was auch immer das war. Ich brauche die Hose, Milotech! Die Hose! Nein. Komm schon! Yes! Wir haben es! Und jetzt nicht aus den Augen verlieren. Das ist das Wichtigste. Ich mache zur Sicherheit noch ein paar Bilder. Man kann ja nie wissen. Ich meine, das hätte ich beim letzten Mal gar nicht sehen können. Das Problem war nämlich, dass es... Oh, die Carpadore sind auch alle mitgesprungen. Oh! Oh, die machen eine Pose in der Luft. Oh, ich frage mich, ob das auch die vier Sterne Carpadore hier sind vielleicht. Scheine ziemlich verdächtig mitzuspringern. Wie es aussieht, scheint das Milotech nicht weiter mit dem Sianer interagieren zu wollen. Und ich würde sagen, wir haben es. Außer dem Captain Trigger. 200 Bits! Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Huh. Wart ihr noch was? Nein? Ist okay. Mir ist auch nicht danach zumute, irgendwas zu machen. Das wäre echt eigentlich, wenn man mehrere Fotos pro Pokémon abgeben könnte. Oh mein Gott, ja. Vor allem wäre das Spiel dann super interessant zum Speedrunnen. Denke ich, wenn man mehrere Bilder gleichzeitig abgeben könnte. Wenn man dann einfach innerhalb von möglichst wenigen Durchhängen das Ganze macht. Ich meine, es ist auch so möglich, aber es wäre mehr möglich. Ihr versteht schon. So, wir haben ja noch ein gutes Luturzel, oder? Springend oder am Boden? Ich würde fast sagen, wir nehmen das am Boden, weil es mehr zu mir rüberschaut. Schmerzverzerrtes Keklitz. Oh, das ist super. Hä? Warte, was? Das ist nicht vier Sterne, Milotik. Okay. Das ist jetzt ungünstig. Ich sehe auch keinen vier Sterne Carpador. Oh man, schlechte Bilder auch abgeben. Notiert. Das war es nicht. Wie kann es das nicht gewesen sein? 200 für die Pose, wirklich? Warum sind das nur 200? Ich hätte das Springende nehmen sollen. Schlechte Bilder geben anscheinend doch nichts. Ich meine, das ist das, was ich dachte. Ohohohohohohohohoho. Das ist ein vernünftiges Kekleon-Bild. Best Timing. Best Timing. Sag mal. Wie kann das das eine Milotik-Bild sein, das unter 4000 Punkte gibt? Wollen wir mich gerade verarschen oder so, oder? Also, ernsthaft. Und wie kann Größe überhaupt nur 709 sein? Das ist quasi über das gesamte Bild hinweg. Größe und Blickrichtung. Ja, warum ist Größe so schlecht? Sein Schweif müsste dann noch ewig nach unten gehen, oder nicht? Außer im Professor Sabertooth. Äh, 14 Monate. Recept. Will mir dem Dank. Du hast den Rücken fotografiert. Ja, bei dem Bild links auch. Das Bild links ist auch von hinten fotografiert. Das war eine Enttäuschung. Dann haben wir noch ein schlechtes Tromborg. Hey, unser erstes Woldona. Oder war es links näher dran? Ich kann nicht näher dran sein, weil es eine Luftschill und eine Windhose gemacht hat. Naja, gut. Reicht das für Level 3? Komm schon. Ich will ja, ich glaube, ich will noch auf Level 3 gehen in der Zone. Ich erinnere, wie viel fehlt mir dafür noch? Fehlen mir noch 21.000? Oh, wahrscheinlich kann man Level 4 Milotik erst auf Level 3 bekommen. Wie soll man hier auf Level 3 kommen überhaupt? Ich werde jetzt mal das Milotik ignorieren. Na, es geht auch auf Level 2. Okay. Hm. Ich bin mir halt immer noch sicher, dass es was mit der Windhose zu tun haben muss irgendwie. Du schaust nicht zu mir rüber oder so. Nein. Was ist hier irgendwo? Ist einfach ein Ausrufezeichen. Ist das... Oh, Milotik wird hier, äh, dadurch angezeigt. Hm. Jungs, tu mir mal einen Gefallen. Komm schon. Da wird doch jetzt ein gutes Loturzel dabei, oder? Was hat es eigentlich mit manchen, äh... Nicht mehr, dass ich wollte das Milotik ignorieren. Ich habe mich anders entschieden, okay? Was hat es eigentlich manchmal mit Dingen, äh, zu tun, wie hier zum Beispiel, wo ich scannen kann, wo dann steht, oh, hier ist eine Ruine? Ich meine, was soll mir das sagen? Ich meine, da ist in der Tat eine Ruine, ja, aber... Hä? Kann ich damit auch irgendwie interagieren? Ich hatte einige so Dinge gesehen. Aber ich habe nicht ganz verstanden, wird später erst relevant? Oh, okay. Das heißt, äh, ich kann es weiterhin einfach ignorieren, aber manchmal scannen mir ich dann Fragen. Was soll... Was soll mir das sagen? Oh! Was ist das? Was ist das? Was ist das, als ich es nochmal im Eingriff habe und es, äh, was auch immer das, wer gemacht hat? Oh, ich hoffe so, dass es das war. Wisst ihr was? Ich werde direkt die Bilder anschauen. Ich werde die Scheiße jetzt nicht nochmal durchgehen. Ich will jetzt wissen, ob es das war oder nicht. Ich werde das nicht. Wir haben es! Das Luturze. Wir nehmen das! Wir haben es geschafft! Und zusätzlich haben wir noch ein gutes Luturze mitgenommen. Ich will das haben. Yo Es gibt noch ein anderes Vierer-Bild Was muss man für das andere machen? Ich meine, ich werde das akzeptieren Oh yes Was ist die andere Methode? Reicht das für 4000? Uh, knapp, aber es reicht Diesen Lootürz auf 4000 zu bekommen ist schwer Wenn es die Windhose macht Ein Leuchtball drauf werfen, dann springt es nochmal höher Das wollte ich übrigens versuchen Tatsächlich Genau das war mein Plan dieses Mal Ich meine, ich habe was anderes gemacht Aber davor dachte ich mir Ich werde das versuchen Klar wolltest du das Ich meine, was sollte ich sonst versuchen? Ich meine, das mit der Windhose Da muss ich doch noch mehr damit auf sich haben Und das, wie ich es gemacht habe, war ganz offensichtlich falsch Oh, so mit dem Leuchtball ist eine Quest Dann machen wir das auch noch Oh, so haben wir ein Crazy Psych Acht Monate Tier 3 Wie viel lieben Dank Huch Ich bin schon mal sehr froh, dass wir die Was war das für ein Angriff? Wie nennen wir ihn? Waren das von Tränen? Ich sage, das war von Tränen Ein Polaner Spezietrinker Yes Manchmal muss man das Leben leben Wie habe ich es vorher dazu gebracht, dass es den Angriff gemacht hat Die Von Tränen Muss man einen Apfel auf mir einen Tick werfen, wenn es leuchtet und unter Wasser ist oder so? Wie habe ich das von dazu bekommen? Ich weiß es gerade wirklich nicht Nein Ja Verzeihung Tut mir leid Na ja, hier haben wir auch noch das Ich weiß noch nicht, was ich damit sonst noch Oh, es könnte einen Apfel essen vielleicht Hm Zu spät Oh nein Ich habe es mir einen Tick verpasst Mhm Es springt nur an einer bestimmten Stelle beim großen Wassergebiet Es muss nur dann leuchten Oh, okay Ja, wie auch immer Ich habe sonst sowieso jetzt gerade nicht viel zu tun, also Machen wir das nochmal Oh, oh Wo ist es denn? War schon die Stelle? Ich glaube, es war erst ein bisschen später Oh nein Eventuell komme ich jetzt timingtechnisch gar nicht mehr hin Oh, oh Okay Okay, komm schon Milotech Du musst leuchten Es ist Leuchtzeit Leuchti, leuchti Leuchte noch Okay, wir haben es Puh Uh, die Carpador Das war doch hier, oder? Schamilotech Mach doch Geht's los? Yes, es geht los Nein, ich kann nicht Nein Ich konnte nicht so weit hochschauen Ne, wie auch immer Mal schauen, ob es geklappt hat Vielleicht zählt es trotzdem noch Hm, kein neues Kegleon Und ich hab beide schon Und ich hab beide schon auf über 4000 Ah, ah Hat nicht gezählt War so ein Schwachsinn Hm, warum nicht? Versuchen wir es Also richtig schon alles auf Platz Ja, es gibt aber an sich noch Ähm Wäre ich das? Yes Ähm Es gibt an sich noch die Mission zu erledigen Aber, ja Ich denke, wir werden jetzt auch was anderes machen Ich glaube, wir hatten erst mal Soweit, ähm Wieso spielt man so was? Was spielst du denn für Spiele? Erzähl mal, damit ich mich drüber lustig machen kann Offroad Revolution Das ist sehr spezifisch Ähm Ich denke, wir gehen an den Strand Was wollen wir am besten machen? Oh, wisst ihr was? Wir machen die Lumina-Zone von hier nochmal Willst du ein wenig was du tun sollst Damit du es heute noch Ähm, wenn du es heute durchspielen willst Alles gut Wir werden sehen Oh Sehr tief interessant Oh nein Evoli Das ist das wahre Highlight hier Hm Warte mal, das ist Evoli im Auge, würde ich sagen Hey Evoli Wie sieht es mit einem Apfel aus? Nein Das ist okay Ich will auch keinen Es scheint auch nicht zu mir rüber zu schauen Oh, das ist ein gutes Bild Das ist fast der ganze Dino-Arsch drauf Garne, den 4er-Bild fand ich unglaublich schwer Ich habe aktuell Das Problem, dass ich nicht ganz zweist, wie man mit Garne überhaupt interagieren kann Ich meine, es reagiert auf nichts, was ich mache Es steht einfach nur da Muss ich die Blumen vielleicht schon aktivieren, bevor er es selber deaktiviert Ist das eine Sache? Oh Hm, wir haben ein stöperndes Megania bekommen Reicht es das hilfreich? Und äh, du marschierst dann sonst ja ein bisschen Cool Er schnuppert wieder Hm Was ist hier? Antike Ruinen Ah, okay Hm Naja, dann, ähm Sehen wir wohl damit soweit durch, denke ich Was soll das denn mit dem Megania? Es macht einfach nichts Was für eine Zeitverschwendung Das ist so eine spannende Stage Da fehlen mir fast die Worte Ich glaube, dass drei Sterne Megania ist Neh, nehmen wir ihn mit Äh Nehmen wir das Und Evoli hatte ich scheinbar noch keins Beziehungsweise das noch nicht 5.023 Oh, das ist nicht mal fast so gut Ah, ich hätte das Eidstern Evoli mitnehmen sollen Versuchen wir das Ganze nochmal Wie soll man hier 55.000 Punkte sammeln Oh, äh, ja Ich glaube, man bekommt, äh, Punkte für Fotos, die man schon, äh Abgegeben hat Hm Oh, die Blume ist schon an Es ist da drauf werfen Äh Bin ich wirklich was Oder freut sich das Evoli so sehr Hm Oh, schnuppern der Blume Ist denn ab, eh, Evoli Wuhu Okay Warum bin ich jetzt eigentlich neben Megania unterwegs Und davor so hinter ihm Das habe ich diesmal anders gemacht Ein Tipp Die letzte Blume leuchten lassen Genau dann, wenn es dran riecht Moment, lass mich mal eben Ich würde diesen Tipp beerdanken Mit dem 24 Stunden Timeout Oh, hier ist der Tipp Und der Tipp ist einfach, äh Genau zu sagen, was du machen musst Ah, nur so ein Tipp Immer wieder ein großer Fan Hier ist ein Tipp Die, die Lösung Was schnupperst du da? Hm Jetzt wirst du also auch noch so anzuleuchten Aber warum Ich wünsche es würde was bringen Wenn man einen Apfel auf Megania wirft Ich mag übrigens das alles Was es an der Stage Irgendwann Secrets geben könnte Wir Leute vorweggenommen haben Okay Es fängt an zu leuchten Wenn man genug Leuchtkugeln Auf Megania geworfen hat Es wird immer mehr Mit Backseat Gaming in letzter Zeit Allgemein Nein, das ist generell In Streams so Soweit nichts Ungewöhnliches Aber wir haben einen Stern noch gar nicht Hm Ich will das Das ist gut Einen Stern Neboli Habe ich ebenfalls noch nicht Ja Das sind alles keine guten Neboli Bilder Suchen wir das Dieser Typ ist so Hat in seinem Backseat Gaming Seit einigen Streams Dass ich ihn im Grunde auch einfach bannen könnte Oh, macht er das öfter? Moment Lass mich in den Verlauf schauen Hm 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 Keine Ahnung Ich habe keine Lust Den ganzen Verlauf jetzt durchzulesen Also Bei Isaac war es weniger Hatte ich das Gefühl Yeah Isaacs Spieler und Backseat Gaming Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen Also Nutze Warte Kann ich auch Was sind meine Quests Alle Aufträge Pflege die Blumenwiese Was haben wir sonst noch? Okay Das ist aber nichts Was mir irgendwie Was Ähm Mich weiterbringt Das sind einfach nur Die fortgeschrittenen Posen Ich meine An dem Punkt kaum schauen Warum gibst du ihm ein Timeout? Wenn gerade über Backseat Gaming reden Und jemand anfängt Der zu sagen Was ich machen muss Dann können wir ihn an dem Punkt Auch einfach bannen Ah Ja Gut Fotografieren wir die Ruinen Und bringen es hinter uns Bringen wir dieses Elend Einfach hinter uns Das ist Das ist einfach nur dumm Also Wollt es doch gerade selbst Nicht Ja bei dem anderen Bringen wir dieses Elend Hinter uns Hm Ich denke ob es passiert Irgendwas wenn ich Megania zum Leuchten Bringe Während Ähm Um es aufstehen zu lassen Ich lag falsch Hallo 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 Felinara Oh Oh Yo Wo wollt ihr hin? Hm Also Interessant Ich frage mich Ob es ja sonst noch Pokémon über dem Rand Zu sehen gibt Müsste ich dann Wahrscheinlich scannen können Ups Leuchte Hm Hm Hey da haben wir das Für Sterne Bild Und jetzt Sprinte los Naher Ruine Das ist mir egal Hier ist jetzt erstmal Das ist jetzt in Stimmung Zu rennen Bis sicher ist Das vier Sterne sind Nicht wirklich Ich mein Ich hab so ne Vermutung Hm Hm Ich frage mich Hab es ja Am Anfangsbereich Noch ein anderes Pokémon zu sehen Gab als Das Feli Nara Das ist mir Ziemlich sneaky Versteckt Möchte ich einfach Mal so anmerken Hast du Tipp bekommen Oder wieso Schaffst du Auf einmal das Verstehende Bild Hat da Ein Anonymer Alfred Gepetzt Aus Sollte ich sonst Ein Bild Ein Bild von Wommel Hinbekommen Na Eboli Können wir uns Sparen Hey Das vier Sterne So ein So ein Überrag Oh was Das ist Vier Sterne Filinara Die Sache Ich hab das Gefühl Das vier Sterne Filinara Bekomme ich besser hin Das drei Sterne Wahrscheinlich auch Wir nehmen das Vier Sterne mit Je nach Ich hab keine Ahnung Wie oft das Sonst passiert Versuchen wir es Okay Antike Ruinen 10 als Bild Wurde einem das mal gesagt Dass man Ruinen Fotografieren soll 5214 Und damit haben wir Megane komplett Hey Größe 2000 Als ob das von der Größe 2000 war Sie gibt nicht mal Sinn Aber okay Nehmen wir mit Torelei Ja das ist kein gutes Bild Die Ruinen sind für Progress Komplett egal Können wir kurz drüber reden Warte Lass mich da an der Stelle Mal kurz Über die Macht der Betonung Oder seine genaue Wortwahl reden Zum Beispiel Die Wortwahl In dem Fall Die gewählt wurde War Mach mal ein Bild Von den Ruinen Was man aber hätte Sagen können Wusstest du Oder du könntest mal Könntest ja mal versuchen Ein Bild von der Ruine Ich mein Warte Das hätte mich so oder so Auch genervt Wenn ich das gleich Ehrlich gesagt Aber wenn man es dann auch Macht Oh mach mal Ich hab das Gefühl Das ist nur Meinen anzupissen Okay Ja es hat nichts gebracht Aber Insel für Progress Komplett egal Ich hab grad drüber nach Lass mir das ja auffallen Wie man es betonen könnte Ohne dass es Anstrengend ist Weil Ja So Folgende Sache Ich würde sagen Wir werden erstmal schauen Wie wir an Eine Boss Stage Hier bei dem Meer kommen Wenn ich einfach mal raten müsste Denn da haben wir erst die Kugel bekommen Und da fehlt uns noch das Lumina Pokémon Und ich würde gerne das Lumina Pokémon mitnehmen Inzwischen haben wir jetzt auch endlich Diese dumme neue Kugel Oh schau ich das an Schau ich an wie das Eliminium Wie das Phineon tanzt Oh Blipper Was Ja Habt ihr das Blipper gesehen Was für ein Bild Was für ein Bild Das Bild einer Frau War es schon eine neue Strecke Basis Camp Nein noch nicht War es so stark genug Dieses Mal um das kaputt zu machen Jo er war stark genug Oh ich hab ihm die Kraft gegeben Die er benötigt Was passiert wenn Plipper den Ball auffrisst Ist das möglich Ich weiß gar nicht Oh Oh yes Jo schau ich das an Oh Schau ich die ganze Lampi an Jo Lampi Oh was für Lampi Bilder wir hier hatten Leuchtet ihr wenn man euch anwirft Nein Oh da ist ein Stein da drüben Eine Blume meine ich natürlich Oh die ist verzwickt zu erwischen Was Oh die ist super schwer zu erwischen Habt ihr es gesehen Dabei bin ich mir sicher Dass hier das Dingens gewesen wäre Das Quabbel Oh ja Und da ist das Octillery Gerade weggestoßen worden Vielleicht bekommen wir auch noch Eine Chance Oh mein Gott Können wir bitte die Blume erwischen Oh yes Oh hallo Quabbel Hallo Wo sind die Fische Da oben Oh Oh da ist sogar ein Mantags Oh das ist der Mantagsschwarm Oh es ist so viel los Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll Ich hab die eine Blume noch nicht mal erwischt Oh mein Gott Oh schreckte Mantagsschwarm an Oh das ist ziemlich cool Das sind Landtouren Ich seh dich ganz genau Das war eine Reise Würde ich einfach mal sagen Wenn das okay ist für mich sowas zu sagen Ich will noch ein paar Landtouren erwischen Ich weiß doch wirklich nicht wie Er kommt nicht mehr wieder Ist das ein Muschass eigentlich Das ist ein Muschass Oh das ist unter Wasser Oh mein Gott Da ist noch eins Wie wäre es wenn ihr mal rauskommen würdet Oh das ist ein Perlu Ist ja natürlich alles Vielleicht muss ich die Luminion dafür hinlocken Oh Nein ich hab keine Bilder mehr übrig Aber das ist ein Tektarsch Und hier drüben tanzen die ganzen Oh mein Gott Und ich hab keine Bilder mehr übrig Wie kann das sein Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist so fucking cool Hier drin Ich hab noch ein Bild Von den tanzenden Quabbel gemacht Mit hoffen das ist das was wert Oh mein Gott Oh mein Gott Ich meine seht ihr das alles Oh da ist so eine Blume da oben Okay Bad Wim im Hinterkopf Wo ist Weedy eigentlich hin? Was will ich dir ein bisschen mehr Energie gebe? Vorsicht Ja Geh besser aus dem Weg Aber nicht einfach eine SD-Karte Mit dem Hey Frage nicht mich Ich hab Ich hab allein hier gerade Zwei SD-Karten rumliegen Und der andere ist an meinem PC angeschlossen Moment Das heißt Ich bin mit dem SD-Karten Lifestyle vertraut Okay Komm schon Yeah Ich weiß Bescheid Okay Ihr macht ja so schnell nichts vor Ich hoffe Das Weedy hat nicht noch was Aufregendes gemacht Ich hab nämlich nicht hingeschaut Oh das war super cool jetzt Das war so viel cooler als die erste Hälfte davon Ich hab ne Menge neue Pokémon fotografiert Mein Freund Angefangen mit nem Carpador Das ich nicht wollte Nehm's trotzdem mit Das Ganz offensichtlich Hatte ich hier Carpador im Frame Fürs Protokoll Phineon Mein Drei Sterne Phineon Hat mir schon Zwei Sterne Phineon Ist neu aber Als ob das nur Drei Sterne sind Oh bei Pelippa War ich leider ein bisschen Zu spät dran jeweils Mir gefällt das Wummer Level Drei Wummer ist das Lumpy Ich denke das dürfte Ziemlich Oh wir haben Level Zwei Lumpy Oh das Schwimmen Das Zwei Sterne Das dürfte Ziemlich perfekt sein Ah Tatoxa Haben wir nichts Neues Ich hab halt beiden auch schon mehr als genug Aber Versuchen wir das Quabbel Warte was Wir tanzen den Quabbel Oh Die zählen gar nicht als was besonderes Oder so Versuchen wir das Tanzen direkt mitzunehmen Oh das ist so cool Die Manntagsschwärme sind so cool Habe ich auch schon beide auf 4000 Landtouren Oh wir haben kein gutes Landtouren bekommen Sehe ich gerade Ebenso kein gutes Perlu Taktas war leider auch viel zu weit entfernt Ich will nur die Punkte Finion Achso Das gibt weniger Punkte als das random Finion Das in die Luft springt Sicher Luminion ist underrated Nein Ich denke Luminion ist so rated Wie es das sein sollte Aber ich bin ein bisschen zu weit weg Bei dem Bummer Oh Das Lumpy Das ist gut Größe 2000 Das will ich auch hoffen Tatoxa Was auch immer Als ob das in 4000 Tatoxa ist halt auch so free Auf Diamant zu bekommen Größe ist gut Reicht nicht für Diamant Ist ein Pokémon Welches nie in meinem Team landen wird Tatoxa ist ein Nuzlocke Pokémon Das außerhalb von der Nuzlocke Challenge Nie in irgendjemandes Team landen wird Ja das Lumpy Bild war ziemlich gut Das Landtorn Bild dagegen nicht so sehr 3400 ist trotzdem okay Und über das Perlu müssen wir gar nicht erst sprechen An dem Punkt Das ist Sehr daneben Oh ich bin so gespannt Was Okay Das ist ein Diamant Bild Scheinbar Hä Bei dem Bild konnte man nicht mal was falsch machen Reicht das für Level 3 Oh Level 3 Ich habe die Hoffnung Dass bei Level 3 auch endlich die Perlu rauskommen Was soll ich Dieses komisches Achievementzeug die ganze Zeit Ich hoffe meine Zeit zu verschwenden Sehr gut Oh oh Es gibt ein paar Neuigkeiten Dann würde ich sagen Mal schauen Ich vermute Wer hat das Luminapokémon Von dem Gebiet gesichtet Wenn ich einfach mal so raten müsste Eigentlich geht die Story weiter Ich fand es zuletzt schon so spannend Hast du wieder irgendwas besonderes gemacht? Meeresbrot gibt es wieder Ruine nicht wahr? Hm Das spricht wohl für ein Luminapokémon Ich würde sagen Wir machen jetzt aber erstmal Die interessanten Ruinen Wir werden jetzt erstmal nochmal Das Level von gerade eben machen Danach machen wir das Luminapokémon Ich kann mir so ganz gut vorstellen Dass wir uns dann langsam dem Ende nähern Tatsächlich Auch wenn es natürlich noch Jede Menge zu erledigen gibt Und damit meine ich Ich habe nicht ein Level Auch nur ansatzweise fertig Oh yes Oh mein Gott Oh mein Gott Nein nicht alles verschw- Oh Gott Oh Gott Wieso ich denn nicht mal den ganzen Film Ich kann auch Okay hier direkt rüber Wir müssen hier rüber Nein Okay Es tut mir leid Es war aber auf einmal so viel Neues zu sehen Was hätte ich denn machen sollen Snap 100% Ja ich werde hier 100% Im Spiel holen Aber ich denke nicht im Stream Du musst halt nicht ein Foto Sondern direkt fünf mit dem selben Motiv Ja das Problem ist Weil die Die meisten sind halt nicht richtig Warum tanzt du Lampi Die meisten davon sind halt nicht richtig Oh mein Gott Oh mein Gott Oh yes Das Detoxa leuchtet Stami Wie zum Fick soll ich hier nicht meine ganzen Bilder Meine ganzen Bilder verschwenden Ich habe es erwischt Ich habe es erwischt Was passiert jetzt Die schwimmen jetzt alle darüber Oh Gott Ich glaube das ist so ziemlich Ich habe mir gut vorgestellt Dass das das coolste Level ist Aus dem Spiel ehrlich gesagt Ich meine Es gibt hier einfach so viel zu sehen Oh mein Gott Wehe die Montags haben mir das ruiniert Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Nein Triff die Blume Ich habe es verpasst Ich habe nur noch 20 Shit Da wäre ein Landturm gewesen Wo ist hier überhaupt irgendwas gerade Da ist schon wieder ein Landturm Warum verpasse ich die Landturm jetzt alle Was 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 Nein Wir müssen sie da drüben treffen Ich kann sie nicht erwischen Was war überhaupt gerade los Es kamen so viele Pokémon auf einmal Ich habe nur noch elf Fotos übrig Oh das Weilot hat die anderen gejagt Da gibt es Sinn Komm schon Geh da rüber Grab mir ein Perlu aus Komm schon Okay Okay Man muss dem Aluminium ein bisschen mehr Energie geben Und dann Ist es bereit Nein warte Wie bekomme ich es dazu Ist es das Perl Sieh was Ich werde eh nichts weiter Oh was ist das schon wieder Oh Gott Das ist alles so cool So hier umgucken Ist bei dir immer mit Foto machen Knopf gekoppelt Ja was soll ich denn machen Hast du gesehen Was hier alles los ist Okay Jetzt werde ich straight Zu der Blume rüber gehen Okay Beziehungsweise versuchen die zu treffen Jetzt tagt das Wärfel noch ab Was immer Was ihr ja nicht zu Hause nachmachen solltet Jetzt reagiert doch nicht darauf Oh die Weimer sind hier Trifft doch die Blume Also aber dass es kein Treffer war Trifft die Blume Nein Nein die Blume Nein Oh die Blume zu treffen ist so schwer Oh Landturn Jo Tectas Mach mal was Ja was wert Du hast du endlich viele Bilder Dafür 70 Bilder Ja Aus einem Kranich 35 Montereza Und Kibasa 45 Wie viel lieben Dank Puh Schau ich an wie viele Pokémon das waren Mammolida Mammolida Hatten wir generell noch gar keins Wir nehmen das Ich meine das ist alleine schon so ein gutes Bild Liebeskus Wir haben das 2 Sterne Lampi Wir sagen wir nehmen Wir nehmen das das gerade von den Von der Hypnose getroffen wird Und wir nehmen das das gerade die Hypnose einsetzt Starmi Naja Starmi war hier unterwegs Das ist eigentlich schon komplett aus den Augen verloren wieder Octillery Hey Wie es auf den Arsch fällt Ist 2 Sterne Octillery Das ist also 2 Sterne Und okay Nehmen wir das 2 Sterne Tectas Äh Wir nehmen das mit dem Apfel Leider kein neues Tor Heido Oh ich hab so Ich hab nur so wenig Quabbelbilder gemacht Beschämend Absolut beschämend Das ist Weilord Oh 4 Sterne Perlo Wie es aussieht Okay Als im tableres Land Im Idealfall Kristallblume brauchen wir nicht Okay Moment wo hab ich kein Bild mitgenommen Auch von der Kristallblume Das ist okay Ich würde sagen Das waren Äh Das waren eine Menge Bilder P.O.B. nach Taras Erhält den kurzum tragischen Unfall Yeah Oh das Mammolida Bild gefällt mir Ehrlich gesagt Oh wenn die Größe nicht perfekt ist Aber das ist ein cooles Bild Machen wir das Perlo 4 Sterne Äh Weil es halt selten ist Was ist Weil sein Verhalten Was da gerade in den Tag gelegt hat Selten war So funktioniert das immer Oh yes Vernünftiges Libiskus Libiskus sieht bei mir sehr verstört aus Auf den Bildern Komm schon Äh 3992 Äh 92 Komm schon Die Pose musst du auch eine Menge rausholen Das will ich auch hoffen Reicht nicht für Diamant Aber ist okay Mein Sami Ja das ist auch kein gutes Bild Ich denke auch nicht dass das übermäßig gut wird Aber Okay Nehmen wir mit Oh mein Gott Aber in diesem Level gibt es so viel zu sehen Können wir darüber reden Ich meine Habt ihr gerade gesehen Wie viel da los war dieses Mal Ah das Luminion hätte so gut werden können Aber leider war es so weit weg 3919 Wirklich Näh Nicht so gut wie mein anderes Zuhaido Positionierung ist ziemlich gut Aber leider auch kein gutes Quabbelbild Dieses Mal Ich finde mein neues Weilort Bild besser Das ist eine Lüge Ich denke das ist von der Force Das perfekte Weilort Bild Best Timing Komm schon Nein Nein Blickrichtung Aber es macht doch gar nichts Doch pass auf Was das Perlu da gemacht hat Was davor passiert ist Ist dass das Luminion das Perlu ausgegraben hat Das Perlu ist dann Rausgesprungen und losgeschwommen Es sieht so als würde es nichts tun Aber im Vorfeld Hat es ein paar Dinge getan 35.000 Punkte waren das jetzt gerade Dann würde ich sagen Ich hoffe ihr seid bereit Für den Bosskampf Ich wollte gerade sagen Ich weiß nicht Ich muss sagen Die Bosskampf Stages sind doch Cooler als ich dachte Aber da muss ich wieder An Ramoth denken Und ich will es immer noch nicht machen Sind wir bereit Für die Luminazone Ich werde mir mal eben Ein Hobbit kredenzen Inzwischen kaufe ich Die Hobbits immer ohne Schokolade Aber Das sind gute Kekse Fürs Protokoll Ein Hobbit Ja ein Hobbit Ein Brandhobbit Ja Willkommen Ja Anton Wo ist kein Hobbit Ja ist ein Zwerg Hast du Du hast den Bart Von dem Jungen gesehen Hast du den Bart von dem Jungen gesehen Ist der auch die Prinzenrolle für Arme Oh mein Gott Das ist Oh Es ist Lusardin Das sind vollkommen Kekse Keine Prinzenrolle Hm Komm schon Trifft doch eins von den Lusardinen Ich vermute Meine Aufgabe wird es sein Die Loser dienen Möglichst Den Ball zu treffen Und je mehr ich getroffen habe Desto Äh Wer wird vielleicht Die Punktzahl dann am Ende Hm Oder auch nicht Ich versuche die vielen Lusardinen zum Leuchten zu bringen Die sind nur gerade abgehauen Klugscheißer Was mache ich jetzt überhaupt Oh mein Gott Lusardinen Schwarmform Der ist ein cooles Pokémon Oh jetzt leuchtet es richtig los Komm mal rüber Oh yes Ich hab ein paar Lumina Ich hab ein paar Lumina Kugeln Auf das große Lumina Pokémon geworfen Klugscheißer Das ist kein Fisch Das sind mehrere Fische Das sind die Basics Mögen Leute Prinzenrollen wirklich Ich mein Ich denke Prinzenrollen sind okay Wenn man die Ähm Von Jahr gekauft hat Für 30 Cent oder so Aber Wenn man mehr als das dafür ausgibt Dann ich weiß nicht Dann sollte man seine Lebensentscheidungen überdenken Das gefällt mir auch Ehrlich gesagt Nein 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 Lass mal Lass mal die Kugel Ja Lass die Blume nochmal erwischen Dann haut mal ab Jungs Ich dipp dir in mein Wasser Damit sie weich werden Warum kaufst du sie überhaupt Ich hole mir die günstige Variante bei normal Wie gesagt die günstige Variante ist okay Das kann ich akzeptieren Aber wenn man das Markenprodukt kauft Dann wiederum Es gibt auch Prinzenrollen mit Schokokeks Die sind eigentlich auch echt okay Muss ich fairerweise gestehen Kannst du bitte dich erwischen Wie weit bist du weg Schau ich an wie weit das weg ist von mir Wie groß ist dieses Pokémon Ist das größer als Vylord oder so Wie kann ich die Geschwindigkeit so dermaßen nicht Äh Die Geschwindigkeit soll den Abstand so dermaßen nicht einschätzen Okay es leuchtet Sind auch viele Fische Das stimmt Früher als Kind habe ich die Prinzrolle Mit dem Kaffee meines Vaters getunkt Ja und das kann ich mir auch gut vorstellen Außerdem Lengi 14 Monate Resub Wie viel lieben Dank Ich bin sehr arm Weil warte ja Wenn du sehr arm bist Dann kaufst du ja nicht das Markenprodukt Okay ich muss ja eine gewisse Ich muss ja die größte Menge von dem Schwarm erwischen Damit sie abhauen nehme ich an Ne die billige Wie gesagt die billigen sind okay Die kann ich tolerieren Prinzenroll ist ein gutes Ist ein gutes Weihnachtsgeschenk Für den zweitbesten Freund Hier das wird dich Du bist Du bist mein zweitbester Freund Oh jetzt wurde er aber wütend Oreo fände ich an sich super gut Wenn sie nicht diese dumme Creme Füllung hätten Ich habe das Gefühl darüber habe ich oft geredet Aber Die Tatsache dass es eine Sache ist Dass Leute Dass es zum einen Oreos gibt Mit doppelt so viel Creme Füllung Und dass es Leute gibt die Die aufmachen Und dann die Creme rausschlecken Und was auch immer Das ist mir so suspekt Weil ich denke die Creme ist das was schlecht ist An den Oreos Wie lange geht jetzt eigentlich Diese Stage noch? Ich meine es war ja echt nett Aber Seitdem sind 20 Minuten vergangen So nett ist es nicht mehr Ihr könnt weggehen Oreo Ice ist ganz okay Ich hatte einmal Oreo Ice Das war so ein Becher Und das war so schlecht Ich glaube jeder hatte mal eine Oreo Phase Aber irgendwann müssen wir alle Erwachsen werden Okay Lusardin Was willst du jetzt machen? Oh oh Wo ist Lusardin hin? Da unten? Oh Was machst du jetzt eigentlich Lusardin? Sind wir uns eigentlich dann irgendwo mal fertig? Oreo Crispy und Finn sind einfach viel zu gut Ich mochte an sich Die Oreos Die mit weißer Schokolade Überzogen waren Ich habe immer das Gefühl Das ist ein fürchterliches Konzept Das habe ich gedacht Wir sind okay Aus dem Panda Panda Äh 32 Monate Recept Viel viel lieben Dank Also Drei Sterne Lusardin Wir nehmen dir das Drei Sterne Lusardin mit Oder eins davon Sind alle so gut Ich schätze wir nehmen das Okay Oh Gerade noch so die 4000 geknackt Ich war mir sicher Dass das unter 4000 kommen wird Außer im Pyromanten Jolla Äh 4 Monate Recept Viel viel lieben Dank Okay Und damit haben wir Level 2 Damit wird das Gebiet Nicht mehr komplett langweilig sein Sollst du vielleicht noch Mir irgendwas zu sagen Übrigens Okay Erzählt mir gleich mehr Zurück zum Basiscamp Ich habe Oreos auch schon Seit Ewigkeit nicht mehr gegessen Aber Sind okay Wieso bist du eigentlich Jemand derjenige Der den Lumina Pokémon begegnet Weil ich den Controller Des Spieler 1 In der Hand habe Apropos Wisst ihr was Wisst ihr was denn Seltene Art von Gamer ist Derjenige der Auf seiner Konsole Spielen lässt Aber Player 2 Ist das eine Sache Die existiert Dass es Leute gibt Dass es Leute gibt Die dem Gast Den Player 1 Controller geben Oh Ich erzähle euch davon Wenn alle versammelt sind Oh oh Player 2 war quasi meine Identität Das kenne ich Das war der Hammer Eine unbekannte Welt Erwartet uns Geht es um Joto Diese unbekannte Welt Es gibt also neue Insel Es gab 5 solche Energieanstiege Und ich bekomme endlich Den Ursprung des 5ten Ortes Ich konnte endlich Den Ursprung des 5ten Ortes Bestimmen Oh Dort ist etwa Dass sich unser Abenteuer Dem Ende zuneigt Sieht ganz danach aus Oh nein Weiß nicht Das Lied von der ersten Staffel der Orange Insel Ich weiß es ehrlich gesagt nicht Oh Schneepf Oh mein Gott Yes Ein Schneegebiet Ist das Schnee In der Tat Es sieht so aus Als ob der die ganze Insel Von Schnee bedeckt Schnee bedeckt Lass uns die Insel Nochmal erkunden Ich mag es übrigens nicht Dass sie das Konzept davon Dass es Nachtversion von Elton Gibt Dass sie das einfach Komplett gekickt haben Damit die Erkundung Noch leichter Von Hand gehen Habe ich das Neo One Weiter verbessert Mit der neuen Turbofunktion Oh yes Endlich Wir haben die Turbofunktion Wollen wir jetzt Vielleicht ein Tutorial Davon anschauen Wie ich den ZR Button Drücken kann Okay Ich wünsche fast Ich hätte das durchgelöst Ich glaube nicht Ich kann damit auch Ein bisschen langsamer werden Okay Frostiges Schneefeld Los geht's Ich sehe kein Frostedier Das müssten sie eigentlich haben Panzer Eron Uh Ja und wir sehen Joa Oh was Oh Gott Ich liebe das Gebiet Oh ich hab dir eine Kugel Noch gar nicht von hier Lauf Du oller Bär Oh Und Quiekel Es wird gequiekt Die Quiekel schauen noch nicht zu mir rüber Leider Die Blume leuchtet nicht Oh oh Kratzspuren Hm Das gefällt mir Ziemlich gut Als Gebiet Hoffentlich kommt Glaziola Aber ein Glaziola Spiel doch schon das Spiel Oh beschleunige Ich weiß noch gar nicht Was ich hier überhaupt machen muss Was wie was Oh Mammute Dem fahren wir ins Schienbein Boah Oh das ist so cool Mit den Mammute hier Die hier rumlaufen Oh kleine Quiekel Komm schon Kleine Quiekel Wollt ihr einen Apfel? Ihr wollt auch einen Apfel Warum wollt ihr keinen Apfel? Oh das ist ziemlich cool War da ein Snom gerade? Das habe ich nicht gesehen Oh Äh ich meine Uh Nein Schneppke Du Idiot Was liegt da? Oh da ist ein Snom Da war gerade eins Moment Schneppke Hm Ich muss mich wieder ein bisschen zusammenreißen Ich habe nicht mehr so viele äh Bilder übrig gerade Jo da ist Fyrno Tor Und Fyrno Tor ist so scheiß riesig Das ist so beängstigend Schau euch das an Wie riesig Dieses Fyrno Tor ist Ich fürchte ich bekommst du auch nicht dazu Sich umzudrehen Ich glaube es gab zwei Stellen Wo es sowas gut ist Oh Und da ist auch ein kleines Blinfer Äh zum Beispiel Bluebell haben dazu getanzt Aber Ja Oh mein Gott Oh das ist der gute Stoff Hallo Seemobs Jetzt wird gerollt Oh Sie haben noch ein Siberium Schlafnis hier Blinfer Würdet ihr das bitte in Ruhe Oh Und hier ist Oh hallo Die Jungs Jungs Nein Okay Das war ne Menge Außer von VagTocToc 46 Monate Resub Wie viel lieben Dank Nicht immer so schnell aufgeben Mit den Äpfeln Ich wünsche man könnte Pokémon den Spieler weiterentwickeln Das ist die Sache Die mir eigentlich gesagt fehlt Das war wirklich cool In Teil 1 Wir nehmen das Siberio Hm das wütende Näh Uh Ich will das haben Das gefällt mir Mammute Ich bin bereit zuzugeben Dass ich vielleicht zu viele Mammute Bilder gemacht hab Ich will fast sagen Das sollten die 4 Sterne sein Panzer Aeron Näh Nicht so gut Quieke Quieke hatte ich leider Kein wirklich gutes Näh Ich hab auch 2 Sterne Das ist wahrscheinlich Als ich es mit einem Apfel beworfen hab Näh Wir nehmen einen Stern Früßchen Apfel Schnäppke 3 Sterne Schnäppke Weil es gerade gestolpert ist Das ist zwar knapp Dass wir die noch erwischt haben Hm 4-0 Tor Zum das 2 Sterne Ist das schlafende 4-0 Tor Die Frage ist Wollen wir das Das so vorbeitreibt Oder Ich würde sagen Wir nehmen das Aus der heißen Quelle Okay Ziemlich zufrieden Lohnt sich auch Von Pokémon Snap Ich mein Für mich ja Oh das ist so ein gutes Visier in your Bild 3.597 Das hätte auch einfach 4.000 sein können Komm schon Uh Das sieht Barrios halt so gut Ich weiß Ich denke das ist ein gutes Bild Keine 4.000 für mich heute Wie es scheint Nein das vermute Muss 4.000 sein Wenn das nicht 4.000 ist Dann Ich mein Will ich auch hoffen Dass das 4.300 sind Das ist ein sehr cleanes Bild Ich machte Momente Als du dem Seemoff Mit deinen Apfeln Ein paar Erzählbitte Nach hinten geschoben hast Hab ich das? Ich meinte Seemoffs Auch wenn ich Seemoff Äh Vorgelesen hab Fürs Protokoll Ah Ich hab in der Replica Noch nicht viel gespielt Was aber so gutes Bild war Weil ich das Original Schon super viel gespielt hab Aber ich hab gestern hier Replicant angefangen So das ist ein Starperndes Schnäppke Äh Reicht das? Oh grüß Das ist ziemlich stark Weiteres Pokémon Boom Diamant Die Plinther können eventuell auch noch gut sein Sind ziemlich groß auf dem Bild drauf Größte 2000 Yo Diamant Plinther Meines Fernautor wird wahrscheinlich auch Diamant sein 790 für diese Pose Ist definitiv zu viel Was größe 1750 3985 Ach Komm schon Komm schon Also nicht cool Äh ich werd mir gleich noch was zum Trinken holen Das reicht ja sowas von für Level 2 Dann würde ich sagen Wir starten direkt in Level 2 Das hab ich mir verdient Übrigens Da es mit deinem Erkundengut vorangeht Hab ich paar Neuigkeiten für dich Wahrscheinlich hab ich ja direkt das nächste Gebiet frei Jetzt geht das gerade ziemlich schnell voran Ich vermute wir müssen Wir werden jetzt wieder drei Gebiete haben Hier in der Schneeregion Und äh In einem davon wird es den Blumen zu fotografieren geben Und ja Dann müssen wir noch alle auf Level 3 bringen Und dann geht's in die Lumina Zone Oh Es gibt also Man kann es bei Nacht Das ganze erkunden Ist ja was Vorhin hab ich doch gesagt Ich find es schade Dass sie äh Das Nachtding ins Verworfen haben Aber die Nacht ist zurück So gesehen Ist es nur ein Rage-Shooter Ja Hat sich seit etwa 60 Teilen viel getan Das Spiel ist ungefähr fünfmal so groß Also Ja Man hat so viel mehr zu tun Und so viel mehr Content in dem Spiel Wenn mich ein solcher wie bei dem Spiel von der financieren Also Also Ichф Und Ichf Ja Ichf Ichf Okay Ich stelle die Dose mal Ich habe keine Ahnung wohin Das ist gut, der Ort findet Dose So Zeit für die neue Nacht Oh yes Ich sage es euch Das Schneefeld bei Nacht ist Das ist ziemlich frostig Ein schnotziges Frehfeld Ziemlich Frehwerfters sozusagen Ehrlich gesagt Jo und Magnaion Wir sind da rüber Oh nein Okay Ich würde sagen Das waren ein paar gute Bilder Soweit Oh ich liebe den Anblick Von so einer Magnaionherde Muss ich sagen Das ist ein super cooles Konzept Oh Was macht ihr Jungs Jungs Ich habe schon wieder 20 Bilder gerade verschwendet Oder Oh es ist aber ein Rudel und keine Herde Gut Oh Schau ich das wie Senior da oben an Jo Putz dich Ich komme jetzt zu dir hoch Mit dem Turbo Button Schau ich das alles an Ein bellendes Magnaion Was ist das Ist das ein Stami oder so Oh Na Lola Sondama Oh Gott Da sind noch mehr Mortineva Oh Oh Das ist so cool Boah Der Weihnachtsmann Das ist ein Apfel Besonders Da habe ich den irgendwo geworfen Oh Da ist Das Rex Pleaser Wie ist denn den Oh Gott Dreh dich um Dreh dich um Nein es geht einfach nur weg Diese Portugal Hinterher Hinterher Okay Wir haben Gelatino Rosana Hm Was kommt als nächstes Nice Pokemon Oh Gott Ich habe nicht mehr viele Fotos übrig Na Lässt dich davon nicht beeindrucken Die Jungs Die Jungs sind hier Wartet auf mich Jungs Jungs ihr wartet jetzt Ihr wartet jetzt Okay Nein Nein Die sind Oh Die sind wie Tick, Trick und Truck Los geht's Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh nein Und sie sind gegen die Oh Gott Jetzt rollen sie los Ist mir egal was da hinten noch So alles passiert Was passiert hier alles Oh hallo Oh mein Gott Die Jungs haben ein kleines Rennen gemacht Ich habe leider nicht so gute Bilder Äh gemacht davon Wie ich mir gewünscht hätte Aber Huch Huch Sie sind gegen die Seemöpse gerutscht Yeah Das waren Islaner Das waren Wulpix Glaube ich So Drei Sterne Magnaion Ich denke wir nehmen das Das mich angeknurrt hat Na dann wiederum Nehmen wir das Das ist ein gutes Bild Das ist nicht so sehr aber Nehmen wir das Zwei Sterne Zwei Sterne Zwei Sterne Zwei Sterne Äh Schneppke Oh der Staat ist Vier Sterne Und der Rest nicht Okay Wisenior Oh Zandama Machen wir ein Bild Von dem das sich gerade eingrebt motineva gerade noch so mitgenommen ich war nicht schnell genug für botogel muss man leider sagen bei beiden bildern war es gerade am abhauen ich glaube das einzig halbwegs wir nehmen das weiß ich jetzt schon die anderen gelatino er sie nicht allzu gut das ist auch okay salblume zählt nicht gut dann würde ich sagen mal schauen wie viele punkte wir bekommen das ist ein gutes magnaienbild wenn ihr mich fragt das könnte die 4000 bringen größe ist gut yes 4390 und deswegen habe ich das mitgenommen da war ich leider ein bisschen zu spät positionierung ist gut prinzipiell oder ich habe zwar auch ich habe noch mal das drei sterne das war eine unvorteilhaft ich habe nicht darauf geachtet ob ich drei sterne schon habe wie kann die pose nur 250 sein da ist noch luft nach oben ich habe das gefühl dadurch dass ich jetzt den turbo habe kann ich auch so viel andere situationen aus besseren blickwinkeln fotografieren inzwischen als ob das nicht 4000 sind kommt schon motineva ja das ist nur bedingt viel 3100 aus irgendwelchen gründen nicht mein bestes botogel sechs glieser die frage ist so was wir jetzt auf level 2 machen die schneewelt bei tag oder bei nacht ich würde sagen ich mache noch mal nacht weil ich will auf jeden fall ein besseres ich will noch ein besseres bild von den rutschenden plinther 3944 komm schon das russana könnte aber okay sein nein nicht okay genug wir haben wirklich wir nur ein diamant bild bekommen gerade ein bisschen schwach aber sollten trotzdem punkte sein damit brauchen wir brauchen 45.000 nein nicht ganz okay und als nächstes will er ein bild von von der blume haben das heißt wir halten auf jeden fall die augen offen nach der leuchtenden blume eventuell leuchtende blume er vermute wird nacht nachts irgendwo sein wahrscheinlich jetzt hier unten bei motineva gewesen wenn ich darüber nachdenke da hat nämlich alles so ein bisschen geleuchtet mal schauen schon gesehen gehabt ja wie gesagt ja ich habe ich habe da meine vermutung oh gott blind verlauf okay da haben wir ein gutes magnaien soweit oh von vorn noch besser hey oh gott lass die schnäpke in ruhe okay eventuell war ein gutes schnäpke dabei dieses mal ich muss aufhören von einem pokémon 20 wie soll ich denn damit aufhören ich kann damit nicht einfach so aufhören ist im weg wie senior kann man beschleunigen wenn man den berg hoch erfährt gerade da oben war es wieder unterwegs oh nein roto gehen muss jetzt irgendwo hier sein nein wieder zu spät oh nein da hinten war doch gerade ich glaube ich bin gerade an motineva vorbei das war da unten das wäre jetzt nicht so einfach explisa weiblich die schnäpke frieren ich meine das ist so deren ding das ist ein eispokémon nein das war nochmal genau das gleiche bild ich glaube hier werde ich erst noch mal versuchen bilder zu machen wenn ich die dumme blume wenn ich die anderen durch die lumina kugeln habe sonst scheint mir das nicht als zu sinnvoll zu sein das war gut schon los geht's keine zeit verlieren wir müssen die jungs überholen ok nein Schau bitte zu mir. Na, egal. Gut genug. Jetzt versuch mir die Kugel mitzunehmen, okay? Eventuell hatten wir ein paar gute Bilder dieses Mal. Im Idealfall. Aus dem Arcanine. Mit viel E, das ich als N ausgesprochen habe. Zwölf Monate. Peace up. Vielen lieben Dank. Puh. Ich will es aber selbst noch weiterspielen. Ich hatte es schon an den Pokémon, aber alle Sterne und alles auf Diamant fehlt noch. Viel Spaß noch bis zum nächsten Mal. Ja, ich meine, wenn, dann will man das machen. Hm. Ich versuch mal das Magnein, weil es in meine Richtung geschaut hat beim Graben. Ah ja, dir fress den Schnappgesinn neu. Das Flüchtende wie Seniors leider kein neues Motiv. Sowas nehmen wir mit. Erneut 17 Magnein-Bilder. Ja, aber mir fehlt bei Magnein noch super viel. Ich verstehe die Kritikpunkte nicht so ganz. Siehst du, als ob ich bei Magnein schon alles hätte oder so? Nicht mal fast. Versuchen wir das als neues Zwei-Sterne-Bild? Ich nehme das mit. Oder will ich versuchen, das Vier-Sterne-Bild ein Gutes zu bekommen, der Diamant rauszuholen. Was würdet ihr sagen? Was würdet ihr sagen? Na, ich nehme jetzt drei Sterne-Bild mit. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Plinther-Bild gleich noch besser machen kann. Drei? Ja, ich denke auch. Oh, 3.900. Da seht ihr das neues Bild von Magnein. 3.500. Kann ich bitte hier auch irgendwo mal wieder die 4.000 bekommen? Das ist einfach nur mies. Ja. Oh, sie haben, äh... Devil Evoar. Äh, frischer Sub. Wir lieben Dank. Die 1911 Punkte. Mit eins der schlechtesten Bilder, die ich jemals gemacht habe. Und das Motogeld schaut ein bisschen mehr in meine Richtung und ist damit ein bisschen besser. Oh, komm schon. Es ist, ob das gerade mal 400 Punkte mehr gibt. Pose gerade mal 500, aber es reicht für Diamant. Yes. Hm, das ist kein gutes Wohlpix, leider. 2800, das ist auch okay. Vermute. Komm schon. Yes. Diamant-Mamute machen sich bisher auch ziemlich gut, würde ich sagen. Oh, und wir bekommen die Level 2 Nacht. Oh, 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 oh. Oh, bin ich schon bereit dafür? Ich habe das Gefühl, bei Level 1 gibt es noch so viel zu sehen. Aber ja, schauen wir uns hier eine Nacht auf Level 2 an. Das wird ein Abenteuer. Warum hast du geantwortet, Razzis? Mit Diamant-Mamute. Nein. Ich dachte, ich kann vielleicht näher ran oder so. Was macht ihr hier? Okay, ganz vorsichtig. Ich vergesse die Blume nicht. Alles unter Kontrolle. Yes. Was ist mit dir? Hey. Schon wieder zu spät. Und da oben wäre doch ein Sandamer gewesen. Hm. Ist hier vielleicht irgendwo was? Na, sieht nicht so aus. Hallo? Pass auf dich auf, wir sehen, jo. Also, ich wünsche, man könnte irgendwo sehen, ob man gerade den Turbo-Boost aktiv hat oder nicht. Nein, 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 nein. Ich schaue nach unten. Komm schon. Wusste ich's doch. Na, so ein bisschen zu langsam, um das vernünftig zu erwischen. Kommt er noch zurück? Nein. Vor allem nicht, was ich hier in der Zwischenzeit alles verpasst habe. Gönn den Apfel, mein Alter. Oh, das ist ein gutes Bild. Was soll ich mit euch hier oben? Nein. Ich bin weg. Tut mir leid. Tut mir leid. Was haben wir hier sonst noch? Das sieht ziemlich genau wie auch schon davor aus. Das heißt, das werde ich wieder mal skippen. Erst mit der Blume werde ich mein Glück nochmal versuchen. Okay, Jungs. Ganz vorsichtig. Ich will, wenn sie... Pass auf. Ich will, wenn sie starten, will ich schon ein Stück vor ihnen sein, damit wir die Blickrichtung haben. Versteht ihr? Genau das meinte ich. Nein, Wohlplix! Oh, jetzt hat es Angst gehabt. Uh. Oh. Das gefällt mir. Nehmen wir noch ein paar Bilder mit. Haben wir sonst noch was? Ich denke nicht. Oh, und hier wäre auch ein Vosthorqueel noch gewesen. Rosana und Musik. Oh, das ist ein guter Einwand. Du kannst noch 59 Visenior Bilder machen. Ja. Ich habe leider nicht viele Visenior Bilder gemacht. Also, zwei Sterne Botogel. Wir nehmen das. Ich hoffe einfach, das ist ein besseres Bild wegen der Blickrichtung. Äh. Klar. Hm. Nicht viele Mortineva-Bilder. Oi! Ein Viverjung mit mehr als einem Stern. Ich wusste nicht, dass das eine Sache ist, die tatsächlich passieren kann. Das Problem ist alles, dass die alle super weit weg sind. Wir nehmen das. Ich will keins der Bilder, ehrlich gesagt. Yes. Das ist ein vernünftiges Schnäppke. Groß und in der Mitte. Sollst du Nachtlevel mehr scannen? Alles gut. Ich weiß aktuell noch nicht mal, wo welche Pokémon hier sind. 3.989. Komm schon. Pus ist gut. Größer ist schlechter. Wie kann die Blickrichtung schlechter sein? Hä? Wie? Okay. Dabei dachte ich, das wäre es jetzt gewesen. Aber das war nichts. Vielleicht lag es am Fokus auf den ganz rechten Plinfern, wenn ich es von dir wegschaufe. Ich meine, wahrscheinlich. Hm. Gibt es den Tisch-Karton mit den Stickern eigentlich noch, der aus der Familienfreundschaft auf ganz YouTube? Nein. Ich habe den schon vor fünf Jahren oder so weggeworfen. Hey, das ist ein besseres Bild. Oh, das ist ein wesentlich besseres Bild. 4.038. Will ich auch hoffen. Hey, das Volpix ist auch gut. Und die Kristallblume. Und die Kristallblume. Yes! Ich war aber bereit, mir das nächste Level anzuschauen, ehrlich gesagt, an dem Punkt. Puh. Gibt es überhaupt ein nächstes Level? Wenn ich gerade darüber nachdenke, oder ist das einfach... Oder kann ich jetzt direkt schon zum Illumina-Pokémon? Nicht will ich in ein Album speichern. Ich kann mir beides vorstellen. Ich glaube ehrlich gesagt eher, dass wir jetzt noch direkt schon zum Boss können oder so. Oh, oh. Die Illumina-Kugel. Oh, oder müssen wir erst... Oder müssen wir erst der Tag und Nacht auf Level 3 bringen. Ich kann mir auch das ganz gut vorstellen. Okay. Wir haben also noch ein bisschen was vor uns. So. Tag oder Nacht? Ich würde fast noch mal Nacht machen, ehrlich gesagt. Und zwar, weil es da mit Rosanna und sowas... Da sind das eigentlich so viele Punkte, die relativ free zu holen sind. Ich will das dann da mal da oben erwischen. Dann wiederum will ich auch, äh... Will ich auch meine Augen nach dem... Hm, das Botogel will ich auch noch mitnehmen. Na, ich glaube, so ein Damer bringt mir nicht wirklich was hier. So, hier müsste gleich das Botogel auftauchen. Dann nehmen wir mal noch eben die Blume mit. Vielleicht hätte ich die früher erwischen sollen. Hm. Ja, das, das war nicht ganz richtig. Oh, das war ein Damer abgehauen. Ich weiß nicht, für die Blume bringt mir hier gerade nichts mehr. Hätte ich viel früher machen müssen. Es kann immer nur eine Meldung nach der Kundung kommen, soweit ich weiß. Ja, das kann auch sein. Moment, wisst ihr was? Nein. Jetzt werde ich die Augen offen halten nachher einem gewissen... Da ist er. Unser Flugmeister. Oh, yes! Wo ist es hin? Wo ist das Botogel jetzt auch hin? Ist das Wasser, äh, was, was, was Hawkeel jetzt verschwunden, nachdem man einmal... Nachdem ich ein gutes Bild gemacht habe? Ich hatte die Mission, gute Bilder zu machen. Ihr könnt es nicht einfach verschwinden lassen. Jo, außerdem... Von der Impressionist 99, fünf Giftsabs. Wie viel lieben Dank, wie viel lieben Dank. Puh. So, versuchen wir mal das Rix-Blee-Sage. Eigentlich werde ich gleich nach den Namen und sowas schauen, aber... Erstmal müssen wir... Komm schauen. Rix-Blee-Sage. Wo geht das hin? Okay. Dann würde ich sagen... Mal schauen, wie das hier laufen wird. Wenn wir erstmal die Blume in der Mitte erwischt haben. Oh, ich sehe gerade das dumme Eis-Pokémon. Es verdeckt die Blume. Oh, yes! Oh, das ist cool. Was ist mit dir jetzt überhaupt? Scheinen sich alle zu freuen gerade. Puh. Okay. Ein paar akzeptable Bilder. Jetzt habe ich die Plinther schon alle wieder verpasst. Na, das war schlecht. Oh, was für ein Bild! Was machen die Quiekel? Quiekel? Was habt ihr vor? Oh, ebenfalls gutes Bild. Puh. Ich werde wieder mein Glück am 4-Sterne-Plinther versuchen, aber... Ich bin bereit, einzusehen, dass es wahrscheinlich nicht gut gehen wird. Oh, so ein Voll-Impressionist. 5 Gift-Subs. Äh, wie vielen lieben Dank nochmal. Sie waren für... Matthew Dakota, Bloodswater, 5, Unicorn, 4,90, Kennel, P90 und Luli-UWU. Äh, wie vielen lieben Dank. Und von Toffel, 17 Monate Resub. Dafür. Vielen Dank. Puh. Was passiert, wenn du die Musik bei Rossana anmachst? Das ist eine gute Frage. Übrigens Lila markieren mehr Punkte? Nein, aber... Äh, üblicherweise machen die Pokémon dann andere Posen und sowas, also... Wäre nicht so verkehrt. Wir versuchen das. Oh, Stufe 1. Magneien war neu. Ich würde fast sagen, ich werde das abgeben. Ich meine... Das ist ziemlich gut, aber es ist nur Stufe 1. Da muss ich mich nämlich auch nicht unbedingt wieder um ein besseres Fliegendes kümmern. Explisa? Das ist Stufe 3. Okay. Wenn sie anfangen zu tanzen, ist das Stufe 4. Hm. Ich würde das mal mitnehmen. Aber die waren... Ihr wart auch alle, äh, Level 3? Wir nehmen das, äh, bedrohende Gelatrino. Warte, ich hab nur... Ach Gott. Die waren alle so... Nein! Waren alle so weit weg. Das sind Level 3 Plinfer. Ich war zu spät. Nicht so gute Bilder, wie er hofft, ehrlich gesagt. Außer von Hebel, die Bockwurst der 23 Monate. Dafür. Wie viel lieben Dank. Wieder nicht die 4.000. Was ist denn? Was ist mit diesem Wintergebiet, dass ich die 4.000 nicht bekomme? Ich meine, in dem Punkt war ich nicht überrascht. Komm schon. Komm schon. Nein! Das Explisa sowieso nicht. Moment, warte, das ist mies. Ich wollte gerade sagen, relativ starkes, äh, Rosana-Bild. Aber war es überhaupt nicht. Oh mein Gott. Yo. Seht ihr, wie nah dieses Bild an der Perfektion ist? Die Größe könnte noch ein bisschen anders sein. Ansonsten ist das soweit ein perfektes Bild. Das bekommt man nicht alle Tage. Ach, komm schon. Warum bekomme ich keine Diamantbilder hier? Das war sowieso einfach nur mies. Warum war das 3.700? Okay. Na, das rechne ich mal fast für Level 3. Oh oh. Oh oh, er hat was Neues für mich zu erzählen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Mein bestes Bild ist ein Libiskus mit 5K. Ich habe abseits von Lumina-Pokémon bisher noch kein Bild mit 5.000 Punkten bekommen. Also, könnte schlimmer sein. Wir haben einen neuen Teleportationspunkt. Oh, unter der Erde. Oh, wir bekommen noch mehr. Eine Höhle. Oh mein Gott, wir bekommen eine Eishöhle. Yo. Wir dürfen im Strand jetzt auch nachts erkunden. Oh, wir bekommen jetzt... Yo. Warte, was machen wir jetzt? Oh, wir machen jetzt den Nachtstrand, okay? Sind 5K das Maximum? Nein, aber... 4.000 braucht man, um Diamant zu bekommen. Und dementsprechend bei normalen Bildern ist es sehr unwahrscheinlich, dass man jemals auf die 5.000 kommt. Oh, der Strand bei Nacht. Wird irgendwann in Zukunft der Eise gestreamt? Yeah. Irgendwann wieder. Ich glaube, diese Woche nur generell wenig gestreamt. Und ansonsten waren die letzten Streams alle Pokémon Snap, weil das neu ist. Oh, ein Sango? Yo, trifft Zeppli! Schau mal her! Dummer Ballon! Uh. Das ist alles ziemlich cool. Nein, schau doch. Schau doch hier rüber. Ist der Apfel. Yes! Sango fand ich früher auch super cool. Ja, ist immer noch ziemlich cool, aber nicht mehr so sehr, wie es früher der Fall war. Hier sind überall Driftzeppli. Ich sag's euch, wenn man sich am Anfang beeilt, kann man so gutes Servivion mitnehmen. So, hier haben wir die Blume. Vipetus! Vipetus! Vipetus, komm mal noch mal raus! Nein! Oh, das ist so cool. Auf dem höheren Level kann bestimmt Sango gegen Vipetus kämpfen lassen. Denn wie wir alle wissen, sind das alte Rivalen. Kann ich hier irgendwo dann den Weg wechseln, den ich entlang gehe? Da ist ein gestreintes Carpador. Wir gehen trotzdem hier drüben entlang. Hey, Gastella. Was passiert, wenn wir das Sango aufwecken? Mitten in dem Schritt. So fühle ich mich auch immer. Yes! Ein paar gute Bilder, wenn ihr mich fragt. Sango war nicht begeistert, davon aufgeweckt zu werden. Oh, ich seh da was. Hallo, kleines Sankabu. Oh. Ich hab nie drüber nachgedacht, dass dieses Pokémon essen kann. Ich weiß nicht ganz, wie ich dazu stehe, ehrlich gesagt. Oh nein, Raichu! Du bist doch ein Surfer! Wo ist Raichu jetzt hin? Oh nein, Octillery! Oh Gott, das war interessant. Oh Gott, das haben wir und Tillerie in diesem Spiel. Es war heute nicht bereit, dafür Geister zu sehen. Oh ja, das Video kann ich mir inzwischen schon online. Yeah! Ja, das Spiel will ich eigentlich auch ganz gern mal nochmal spielen. Vielleicht spielen wir das mal im Stream noch ein bisschen. Kein gutes Skala. Drift-Zep-Leave. Wir nehmen das, würde ich sagen. Das sieht okay aus. Mieses Vivillon. Sango. Hm. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich kann nicht anders, als das Sango mitzunehmen. Ich mein... Komm schon. Oh, ich hätte mir Petis vielleicht mit dem Apfel bewerfen sollen. Oh, das ist ein gutes Raichu. Schau dich das Raichu an. Das ist super gut. Oh nein. Ja, ich will jetzt kurz mit aufwärtssicht. Ich will, ich brauche einen Gas-Teller. Bluebella. Zwei Stellen-Bluebella haben wir noch nicht. Oh, ich habe nicht richtig ein Bild von seinem Angriff reinbekommen. Was wäre hier von, wenn wir... Ne, wir nehmen nicht das S. Wir nehmen das, wo es angreift. Wir nehmen das. Und hoffen auf das Beste. Raichu müsste ein 4K werden. Das will ich hoffen. Das war nämlich ziemlich solide. Ich mein... War kein gutes Bild. Oh, das gefällt mir. Mir gefällt dieses Drift-Zerpie-Bild. Und wie es aussieht, bin ich nicht der Einzige, der das so sieht. Das ist ja was. Diesmal werde ich direkt zu Beginn versuchen, endlich mal einen Diamant-Wibbeljungen herzubekommen. Komm schon, lass das Sango bitte Diamant sein. Oh, yes. Wir haben es. Das heißt, ich kann dieses Sango-Bild auf ewig behalten. Reicht leider nicht ganz. Jep. Hat ebenfalls nicht gereicht. Und das Octillery? Ebenfalls nicht. Was ist das denn gerade? Scores, dann wollte ich nur mit, wenn wir die Punkte bekommen. Ich meine, ein Sterngastellas neu. Reicht auch nicht. Was ist das denn gerade? Das Sunka-Pu wird auch wieder schlecht. Ach, das reicht jetzt! Kann ich einfach nur den Kopf schütteln. Mehr kann ich da nicht machen. Ich würde aber fast sagen, wir machen nochmal eine Nachttour auf dem Strand. Wir werden diesmal die andere Richtung entlang gehen. Was haltet ihr davon? Pass auf. Sango, geh da weg! Musst du mich verarschen? Nein, 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 nein. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Wir müssen, wir müssen die Wibbeljong erwischen. Und zwar will ich endlich ein gutes Wibbeljong-Bild, okay? Geh doch rüber zu denen. Oh Gott. Wie weit haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen. Um es zu versuchen. Komm schon. Komm schon. Hört auf, den Äpfeln auszuweichen. Hä? Ich meine, ich habe jetzt den Anfang ein bisschen übersprungen, aber... Ich denke, es war ein gutes... Es war wenigstens ein gutes dabei. Erzähl mir da noch nichts. Da muss wenigstens ein gutes dabei gewesen sein. Schaust du mal in die Richtung? Komm schon. Oh, sehr schön. Schläfst du wieder ein, Carpador? Okay, ignorieren wir. Wir wollen aber die Blume erwischen neben dem Octillery. Endlich mal ein gutes Octillery-Bild. Yes. Oh, und hier sind wir bei Perlu. Und dann sind wir ganz schreckhaft, wenn man sich ihnen nähert. Okay. Das lief ziemlich gut, wenn ihr mich fragt. Außer von Gotakumo. Zwei Monate Re-Sub. Und von Eki-Wölfchen. Raid. Vielen Dank. Willkommen. Nein, komm mal her. Nein. Jetzt wollte ich zu viel auf einmal gerade machen. Na ja, vielleicht kann das noch zählen. So. Dann würde ich sagen, ich habe eine Menge Bilder gemacht. Vielleicht war sogar ein gutes dabei. Wahrscheinlich, aber nicht. Das Octillery benimmt sich wie ein eingeschnapptes Baby. Es ist einfach sehr schreckhaft. Kannst du ihm jetzt auch keine Vorwürfe für machen? Ich meine, du kannst, aber du solltest nicht. Sengo. Zwei Sterne Sengo. Komm schon, lass irgendein Staff von jetzt endlich mal ein dummes... Sie weiß, wir nehmen das. Oder? Wir versuchen das, okay? Ich hoffe, dass es endlich Diamant wird. Iskala. Oh, das ist hervorragend. Goofa. Versuchen wir. Ich mag das Schlafende mehr. Hm. Oh, das ist so ein cooles Bild. Lass das Diamant werden. Ich glaube, ich nehme das als Perlu-Bild mal mit, ehrlich gesagt. Ach, komm schon. Sache ist die. Die Größe war nicht optimal bei dem letzten Bild, aber das... Es ist zwar nicht so mittig, aber komm schon. Komm schon. Und bei Sunkabu versuchen wir... Oh, wir haben das schon auf Diamant. Dann... Oh. Ich mag das Bild. Es wird zwar nicht Diamant, aber... Ich will es versuchen. Ich hoffe, Octillery bekommt nicht noch drei Herzinfarkte. Dafür kann ich leider nicht... Garantieren. Octillery hat dermaßen eingetintet. Komm schon. Diamant. Wie ist das für den Größten? Der Schlechter, die Flügel sind ganz drauf. Dieses dumme Vivillon. Oh, komm schon. Was ist denn... Warum haben wir aktuell... Wir sind aktuell auf der Diamant-Mager-Kur. Das gefällt mir nicht. Immerhin ein Diamant. Auch wenn ich das... Das ist traurig. Das andere Bild war so viel cooler als das hier. Schau euch das andere Bild an. Das war so viel cooler. Aber nein. Das andere ist kein Diamant, wie mir scheint. Das Kaperdor ist ein gutes Stück schlechter. Komm schon. Yes. Gutes Octillery-Bild. Ich hatte gehofft, dass das Perlo eventuell für Diamant reichen wird. Komm schon, Raichu. Uh, Größe 2000. Aber ansonsten... Oh. Oh. Das war eine knappe Kiste. Reicht nicht. Dachte ich mir schon. Aber ich mag das Bild. Du hast uns zu viel Gebot. Jetzt wird der Kleinlicht. Das merke ich schon. Das ist die Frage. Jetzt wollen wir uns jetzt Level 2 nachten auf. Wir schauen uns Level 2 nacht an, okay? Ich will nicht versuchen, ob ich bei dem, äh, wie Pietis vielleicht noch mehr rausholen kann. Und danach schauen wir uns das neue Level an. Eins nach dem anderen. Fällt mir auf, ich habe den zweiten, äh, wohl die Basis erkundet, das zweite noch gar nicht gemacht. Aber ich finde das auch ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Der Doktor ist wohl auf, äh, der Professor ist auf Diamant-Diät. Yeah, das Gefühl habe ich auch. Krabbox, was machst du da? Haben wir noch ein paar Drift-Zäppli unterwegs? Oh, ich weiß genau, was ihr macht. Komme ich euch dazu, zu kämpfen? Nein. Ach, komm schon, ihr müsst doch kämpfen. Hm, ich kann doch jetzt nicht einfach langweiler sein. Ich meine, das Krabbox übt ein bisschen am Baum, aber... Das hat mich auch noch nicht ganz um, ehrlich gesagt. Uh, das gefällt mir. So, versuchen wir das jetzt mal. Wer kommt raus? Pipitis. Pipitis kommt doch raus! Nein! Ich war zu spät. So ein kleines bisschen zu spät. Oh! Oh mein Gott! Oh, ich liebe es! Oh, wie schau ich das an? Nein! Jetzt habe ich den Kampf beendet. Jetzt lieben sie sich oder so. Jetzt freuen sie sich nur. Das will doch niemand sehen. Was macht ihr da oben? Ach Gott. Schlafnisser Lola-Reitschuh. Können wir das nicht aufwecken? Oh! 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 Oh, Tillerie! Nein! Oh, das ist... Sie haben Perlus dabei. Das ist ein gutes Perlu-Bild übrigens fürs Protokoll. Oh. Wenn jetzt noch die dummen Krabboxen endlich gegeneinander kämpfen würden, dann wäre ich zufrieden. Oh, schlag nochmal zu. Das war auch ziemlich cool. Krabboxen sind ziemlich aggressiv bei Nacht. Was ist eigentlich mit euch? Was, wenn ich euch einen Apfel gebe? Oder generell irgendwas. Das ist ein schickes... Hier, geh weg. Jetzt hätte ich alle Zeit der Welt gehabt, das nochmal zu versuchen, ein Bild davon zu machen. Springt ihr nochmal? Naja. Und das Papier, das ist da hinten auf der Insel dahin geschwommen. Äußerst interessant. Driftlons sind doch die Kidnapper. Ich meine, manche Angewohnheiten wird man nicht so leicht los. Okay, was haben wir? Das Box in der Krabbox zählt leider nicht als neues. Hat es da gerade zugeschlagen? Ich glaube, wir versuchen das. Oh, das laufte Sango zählt auch nicht? Hm. Ich glaube, ich will lieber das Davon Schwimmende, dass drei Sterne mitnehmen. Oh, das ist so cool. Ich glaube, das ist ganz gut, weil er relativ mittig ist und ungefähr in meine Richtung schaut. Schlafenes Reitschuh. Oh, das ist so gut. Das ist hervorragend. Driftzirpli, da muss ich ein bisschen beschleunigen, um die vernünftig mitnehmen zu können. Ich würde sagen, da... Oh mein Gott, das ist so ein gutes Perlu. Schau euch das an. Außer von Jantu, game 50 Bits. Äh, viel, viel Leben Dank. Schau euch das an. Schau euch an, wie gut das Perlu ist. Ich meine, viel besser wird ein Perlu nicht. Ja, ich denke auch, dass sie auf Level, äh, drei dann wie Petis und Sango ineinander kämpfen. Ich meine, sie müssen quasi. Oh, das sind die Level 4, äh, 4 Neon. Und ich würde mich nicht so sehr loben, aber ich habe das Gefühl, das ist ein gutes Bild. Das heißt, ich werde wahrscheinlich 2500 Punkte dafür bekommen. Aber ich denke, das ist ziemlich gut. Ich meine, das ist ein bisschen besser. Das ist auch wirklich okay für die 3700 Punkte. Das ist nicht mal fast okay. Ich dachte irgendwie, dass es vielleicht ein paar Bonuspunkte gibt oder so, aber ich lag falsch. Wie, was? Wie kann das nur 3000 geben? Ach, manchmal verstehe ich nicht ganz, wie man die Bilder machen soll, um genug Punkte zu bekommen. Die größte, aber ich kann da nicht viel näher ran. Oh, ho, 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 ho. 4.437 Punkte, das hat Octillery sich verdient. Ja, das kann ich auf jeden Fall besser machen, indem ich näher rangehe. Komm schon. Nein! Oh Gott, nein. Das haut nicht hin. Als ob das nicht... Ah, wie soll ich das besser hinbekommen? Wie soll ich da näher ran? Ich würde fast sagen, ich mache das nochmal. Und zwar gibt es zwei Dinge, die ich machen will. Zum einen, dass vier Sterne wie Pietis sollte ich hinbekommen. Und zum anderen... Zum anderen würde ich unglaublich gerne, dass der Driftsepte besser hinbekommen und... Gehst du bitte weg? Ich sehe da gerade auf der Palme jemanden stehen. Kräfst du nicht? Willst du nicht angreifen oder so? Was ist das? Warum stehst du auf der Palme? Vielleicht kann man den irgendwie runterkicken oder so, aber... Keine Ahnung. Oder geht Sango zu ihm rüber? Nein. Hm. Vielleicht will ich auch einen Kokowai aufwecken. Aber wie auch immer. Um keine Zeit mehr zu verlieren. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war alles vier Sterne wie Pietis. Vielleicht war eins davon sogar okay. Wie gehen wir jetzt am besten mit den Jungs um? Damit ich hier eine bessere Größe hinbekomme. So vielleicht? Hm. Ja, das Reitschuss ist definitiv besser von der Größe her. Nein. Mach doch. Sehr schön. Ich war wieder zu spät dran. Ach, das ist nicht gut. Hey, da ist der schwimmende Wie Pietis wieder. Diesmal von weiter vorn. Hey. Oh, yes. Das war gar nicht so geplant, aber das ist hervorragend. Das war nicht mal mein Plan. Okay, ich werde mitbekommen, dass du Streams. Ich meine, so ist es meistens. Die meisten Leute. Sprengt. Sprengt. Nein. Sprengt doch. Sie springen halt auch nur einmal. Die zum springen zu bekommen ist schwieriger, als ich mir wünschen würde. Also. Haben wir ein paar okaye Bilder dieses Mal. Ich hoffe doch, die Antwort ist ja. Oh, das ist ein von Pac-Man. Ein frischer Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, das ist auf der Palme. Das ist drei Steine Clubbox. Okay. Ich würde sagen, ich nehme das mit. Müsste so ziemlich sein ganzer Körper auf dem Bild drauf sein. Ich hoffe, er ist das, was bringt. Ja, schau ich den. Oh, das ist gar nicht das. Zwei Sterne. Na, das bringt mir sowieso nichts. Was, ob das nur, äh, ein Stern ist. Fünf oder sechs wird C-Dämon. Dann sieht man, wie happy das ist. Hm, naja, gut, versuchen wir es. Was war ein fünf oder sechs? Oh, du meinst da, wo sie drücken? Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, wir nehmen das, wo sie drücken gerade. Vielleicht gibt das ein paar Posenpunkte. Ich dachte, dass die Bibeljong vom Vollmond vielleicht, äh, Bonuspunkte geben oder so. Oh, yes. Es war knapp, aber es hat geklappt. Hm. Es ist besser, aber es reicht doch nicht. Die Pose war auf jeden Fall gleich. Das heißt, wenn man... Oh, sie haben bei beiden gerade gedrückt. Hm, 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 hm. Was soll das denn? Gib mir nur die dumme R4000 jetzt. Da läuft der Tausend. Will ich auch hoffen. Gut, dann würde ich sagen... Dann würde ich sagen, wir schauen uns mal die neue Welt an. Raus davon, äh, Sascha75432. Äh, 100 Bits. Vielen lieben Dank. Also, neue Welt. Was hast du für uns auf Lager? Die entlegene Höhle. Oh, in der entlegenden Höhle ist ja wahrscheinlich die Ruine. Ah, die Sternanzahl sagt aus wie ungewöhnlich das Verhalten ist, dass, äh, das Pokémon gerade an dem Tag liegt, wo man das Bild gemacht hat. Und die Punkte sagen aus wie gut das Bild ist. Oh, Rokara. Oh, ein X-Bad. Oh, Watzapf. Uh, das ist... Die Höhle gefällt mir jetzt schon. Schöne, das kleine Watzapf an. Oh. Der Pokémon TCG-Main quasi. Äh. Äh. Hm, okay. Oh, da sind noch ein paar Rokara. Irgendwie schauen die Pokémon hier gerade alle nicht zu mir her. Wo ist das Gengar überhaupt hin? Oh ja, hier ist wieder ein Firnu-Tor. Diese Portale. Ein Siberio da ganz oben. Ja. Das war auch wieder nichts. Jo, ihr Mikli-Bunkel. Yes. Gutes Bild. Schaut sie mir hoch. Yeah. Was haltet ihr davon? Das erste gute Bild, das wir bekommen haben. Ich hab ja irgendwo einen Schatten von X-Bad gesehen. Ja, ich weiß nicht, wo das X-Bad hin ist. Gengar, wo? Der war vorhin eins. Aber jetzt, äh... Das hat sich wohl unsichtbar gemacht. Der hat jetzt Firnu und Tom mit der Poké-Flitte wecken sollen. Habe ich versucht das? Oh, yes. Zobiris, das funktioniert nicht. Nein, du rennst nicht... Oh, oh! Oh mein Gott. Da war's. Ah ja, ich kann hier die Blumen schon aktivieren. Fällt mir gerade auf. Das hätte ich komplett vergessen, dass ich die schon aktiviert... Äh, gefunden habe in dem Gebiet. Ich hoffe, das Erz zu fressen. Oh, Ramaydon! Oh, das ist auch so cool. Eventuell war da ein gutes X-Bad dabei. Der Koko mag Bananen gern. Hm. Ja, muss ich sagen, das war jetzt so ziemlich das langweilige Gebiet abseits von Gengar. Hm. Ist er was im Wasser oder so? Hallo? Ja, er haut mich definitiv nicht um. Ha. Gut, shiny Pokémon in dem Spiel. Ich glaube nicht. Das ist ein Bobby Master. Äh, frischer Sub. Wie viel lieben Dank. Ja. Hm. Kein gutes Rokara. Was haltet ihr von dem X-Bad? Oder will ich ein 2-Sterne... Nein, wir nehmen das 1-Sterne-X-Bad mit. Denn ich denke, das sollte... Ich denke, das sollte Diamant werden. WhatsApp hatten wir auch ein gutes. Sogar 2 Sterne, wie es aussieht aus irgendwelchen Gründen. Gengar war leider ziemlich weit entfernt. Ramaydon. Dürfte ziemlich perfekt sein. Oh, wir nehmen das 3-Sterne-Ramaydon aber mit. Siberio. Okay, das ist Mittiger. Zobiris. Ich meine, man erkennt nicht viel auf dem Bild, aber... Es erfüllt seinen Zweck. Schau, das Zobiris ist nicht so zuckend bewegt, wie ein neun generations letztes Pokémon so merkwürdig wirken. Ich meine, vielleicht wird es noch, sich etwas zuckend fortbewegen. Positionierung 1000. Oh, das ist ein gutes Bild. Komm schon. Das will ich auch hoffen, dass das Diamant ist. Wenn es nach mir geht, könnte das WhatsApp auch Diamant sein, weil ich weiß nicht, ob man das größer hinbekommt. Oh, yes. Yes. Gutes WhatsApp. Das Gengar ist leider ein bisschen weit entfernt. 3705. Ich finde das Spiel ziemlich gut. 4.500? 4.500? Ja. Das ist ein gutes Siberio. Das Kli-Bunke gefällt mir auch ziemlich gut. Das ist ein cooles Bild geworden, wenn ihr mich fragt. Größte Blickrichtung, alles gut, reicht aber nicht für die 4.000, leider. Da hast du das Lugia schon finden können. Ich fürchte, unter Wasser habe ich noch keinen Lugia finden können. 3.500, das ist auch okay dafür, dass man das Pokémon zur Hälfte sieht. Nachher würde ich sagen, dafür, dass ich so verwirrt war, lief es okay. Reicht nicht für Level 2, aber war okay. Es war okay. Dann machen wir das Ganze nochmal. Ich meine, wenn es Lugia da schon gibt, ist, denke ich, nicht allzu unrealistisch davon auszugehen, dass wir noch Toxikwax sehen werden. Oh, da unten ist das Gengar. Nein, oh, Whatsapp. Ich will nicht, dass das Whatsapp immer abhaut, aber ich will nicht viel dagegen machen. Oh, die Rokara sind auch alle so weit von mir weg. Schwierig. Der Anfang ist schwierig. Außer von ManchiTV, 1 Euro, wie wir lieben Dank, und von Stefanowski, 37 Monate Reserv. Auch dafür, wie wir lieben Dank. Also, ich will auf jeden Fall versuchen, die Blume da unten zu erwischen. Oh, interessant. Oh, jo. Das ist ziemlich interessant. Was haben wir euch nochmal erwischt mit dem Teil? Hm. Den Karpador hat es bestimmt noch mehr auf sich. Okay, ich beeile mich jetzt, denn da vorne wird gleich ein Gengar auf mich warten. Das würde ich gerne erwischen. Im Idealfall genau dann, wenn es abhaut. Einen kleinen Stein. Wendet euch nicht so von mir ab. Nein. Okay. Also, warum wollt ihr meinen Apfel nicht essen? Ich will mich auch hoffen, dass du ihn isst. Also, von Manchi, äh, noch ein Euro. Wie wir lieben Dank, wie wir lieben Dank. Kleinstell ist ziemlich, äh, Großstein. Muss man fairerweise sagen. Oh, hier wäre der Scangar noch. Oh, da vorne ist Scangar wieder. Oh, das wäre ziemlich gut, wenn ihr mich fragt. Okay. Schauen wir mal, was Gutes dabei war. Außerhalb von Freestyler, zehn Monate Tier 3. Hi, wie wir lieben Dank. Also. Wenn es das anstarrt, ist das Dreier-Gengar. Ich will das mit dem, wenn das gefällt mir. Man, ich habe schon Stufe 2-Gengar. Hm. Vielleicht könnte es durch die Pose, hm. Die anderen Gengar sind halt auch wirklich schlecht. Apropos wirklich schlecht. Die WhatsApp sind wirklich schlecht. Wir versuchen das, äh, fressende Ramaydon. Ich mache jetzt wahrscheinlich ein besseres Rokara, technisch gesehen. Stufe 2-X-Bad. Habe ich diesmal ein besseres dabei? Versuchen wir das. Hm, Kleinstein. Okay. Okay. Versuchen wir das, Gengar und X-Bad ziemlich ähnlich aussehen. Nein. Ich würde nicht zustimmen. Und das war... Komm schon, das ist ein viel interessanteres Bild. Oh, yes. Wir haben die Diamant Ramaydon, äh, fährte. Ich hasse es übrigens, dass, äh, die Pokeflöte in dem Spiel so unsagbar nutzlos ist. Oh. Mächtiges X-Bad-Bild. Vielleicht reicht das Kleinstein auch für irgendwas. Ich meine, es sollte von der Größe her ziemlich gut sein. Auch gar nicht mal so gut. Wäre es bei Hawaii unglaublich witzig, wenn man Fotos, die man von Geister-Pokémon macht, äh, die sie nicht sehen kann. Verschwendendes Potential. Was haben sie in Teil 1 gemacht? Ich frage mich, ob dir das bewusst ist. Oder ob du denkst, dass, äh, du selbst auf die Idee kamst. Wirklich? Ja, da waren sie halt einfach nur so ein, äh, ihr Licht. Dann hat man erst beim Entwickeln gesehen, was für ein, äh, weil so von, welche Poses hatte und sowas. Vergleich zum Moment für den 60 Teil sind die Items allgemein wirklich nutzlos, yeah, das stimmt. Schau doch zu mir. Habe ich das Bild gemacht, wo es gerade weggeschaut hat? Ich hoffe, sehr. Gehen die Rokara in das Portal? Nein. Schade. Ich will auf jeden Fall die Blume nochmal erwischen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wer kann da zu mir rüberschauen oder so? Oh. Kriegst du vielleicht was, wenn ich die Carpador alle mit, äh, der Kugel erwische? Nicht wirklich. Hm. Was war das? Oh ja, die Glibunke gibt es ja hier noch. Die euch kommt, hat vergessen, wieder. Oh, ein schlafendes X-Bud. Das sind überall schlafende X-Bud. Oh, das ist ziemlich cool. Das bereut ist, dass ich nicht versucht habe. Da klopft jemand herum. Was machst du da? Ha. Das bereut ist, dass ich nicht versucht habe, sie aufzuwecken. Nein, ich will... Hör auf den Apfel, ihr sollst mir rüberschauen. Nein. Oh Gott, sie schauen nicht zu mir rüber. Was muss ich bei einer? Ich glaube, das könnte ein okayes Erzobisches Bild... Flogenkiefer! Die Frage ist halt, zählt das als, äh, ich habe sein Gesicht... Äh, man hat sein Gesicht gesehen. Ich sage, die Antwort ist, nein. Wo bin ich hier eigentlich gerade? Uh, die Dschungelmuster-Wirbeljong. Hey, FM. Ich hätte nicht scannen sollen. Ich habe das Gefühl, dadurch erschrecken sie ziemlich auf. Was zählt bei Flogenkäfer als vorn? Sein Kopf. Oh, wenn man die Kugeln auf sie wirft, dann, äh... Rennen sie da rüber. Haben wir hier noch irgendwas? Na, gut genug. So, machen wir ab. Huch. Ich meine, ganz offensichtlich zählt sein Kopf als Thorn. Aber vielleicht zählt das, was ich gemacht habe, trotzdem noch so halbwegs. Aber ich muss sagen, das Level mag ich mit am wenigsten, ehrlich gesagt. Oh Gott, meine FM-Bilder sind alle miserabel. Ich denke, wir nehmen das mit. Vier Sterne Wibbeljong? Für was? Für was waren das vier Sterne? Ah, ich habe das WhatsApp, das ich erwischen wollte, nicht erwischt. Nein, das ist wahrscheinlich mein bestes Rokara bisher. Trifflon habe ich auch nicht so ganz mittig erwischt. Oder so, dass es zu mir rüberschaut. Ach. Hm. Ich schätze, das ist mein bestes Zobires? Hm. Hm. Hauen mich alle nicht um. Versuchen wir das. Okay. Es muss das entscheiden für die Sterne. Oh, wirklich? Hm. Das ist ein bisschen... ...lame. Hey, 3600. Das ist okay. Hm. Oh, jetzt wo du es sagst? Okay. Hm. Oh, Größe 2000. Das will ich auch hoffen, dass das ein... Schaut euch die Diamantstreak bei X-Bud an. Ich meine, es ist definitiv besser. Aber nach wie vor ist es noch keins der Rokara-Bilder gut. Die Drifflon sind ebenfalls ziemlich mies. Zobires. 3825. Komm schon. 945 für die Pose. Dafür kann man die schlechte Blickrichtung verkraften. Aber das reicht trotzdem nicht. Das reicht trotzdem nicht für Diamant. Aber ja, mag jemand die Höhle, die eigentlich... Ich finde sie eigentlich wirklich ziemlich nervig. Ich meine, es ist cool, dass Gengar da ist, aber... Der Rest ist halt wirklich einfach nur verwirrend, habe ich das Gefühl. Vor allem sind alle Pokémon immer wirklich weit entfernt von der Kamera. Zeit für die Story. Gute Neuigkeiten. Das letzte Lumina-Pokémon. Ich mag die Höhle, es gibt viele coole Geheimnisse dort. Das kann ich mir vorstellen. Wir können jetzt zum letzten Lumina-Pokémon gehen. Nein, wir machen es doch nicht. Wir versuchen die Höhle mal nochmal. Damit wir sie vielleicht auf der Level 3 bekommen. Oh, die Whatsapps sind gesprungen. Oh, dass Rokara tanzt, wenn man Teile auf sie wirft. Das ist fast so etwas ähnliches wie interessant. Nein, Whatsapp will einfach nichts machen. Kommt näher. Kommt näher. Kommt näher! Na, sie kommen nicht viel näher. Nein, jetzt hauen sie ab. Die Höhle, nicht die Elektro-Höhle, aber auch im Moment für ein 60 Teil relativ schwach. Das kann sein. Daran ernähre ich mich nicht mehr. So. Oh. Wir schon dabei sind. Oh, hätte ich vielleicht einen Apfel hinwerfen sollen. Ja, ungünstig. Was haben wir hier jetzt noch? Ich wünsche dir auch, dass Pokémon hin und wieder gegeneinander kämpfen würden. Hm. Oh, hier kämpft ein Kleinstein. Ich würde sagen, meine Gebete wurden erhört. Wenn ich das einfach mal so spontan behaupten darf. Habe ich die X-Bad verpasst? Ich glaube, ich habe die X-Bad verpasst. Verpasst man so schnell? Ich wollte noch ein schlafendes X-Bad aufwecken, aber... Hm. Nein, ich habe keine Bilder mehr übrig. Okay. Ich habe noch ein gutes Zobiris mitgenommen. Okay, es wird aggressiv, wenn man ein Foto macht. Verstanden. Versuch mal zu beschleunigen, um die Wirbeljong vielleicht noch zu erwischen. Wenn ich mit denen, äh, was machen könnte, wäre das ziemlich cool. Okay. Vielleicht reicht das. Huch. Also, FM haben wir die zwei Sterne. Die will ich aber nicht. Habe ich auch irgendwo ein FM-Bild, das okay ist? Warum sind die immer so weit weg? WhatsApp ist mir... Äh, dann wiederum, ich brauche die Punkte. Und WhatsApp gibt immer gute Punkte. Versuchen wir die tanzenden Rokara. Ich denke, ich nehme das. Und topf auf das. Nein! Ich hasse es, wenn ich automatische Auswahl drücke. So, wir nehmen das mit dem Mond. Das ist eigentlich ziemlich cool. Expert. Ja. Driftlon sind sowieso alle schlecht. Ich habe ein Ramaydon-Bild gemacht, wie es aussieht. Eigentlich würde ich ja nur das... Das... Hm. Das Neutrale, wie es mich anstattet, ist eigentlich auch ziemlich gut. Ich meine, das Laufende würde mir besser gefallen, aber es gibt nicht die Punkte, die wir brauchen. Ich versuche das Bild, wo sie aneinander schlagen. Ja. Das Stufe 1 Flunkkäfer sollte ziemlich gut sein. Warum würde ich das Zubiris nehmen und nicht, dass das dann den Apfel nascht? Also ernsthaft. Warum nicht das Apfel nascht, Zubiris? Okay. Warte, habe ich jetzt keinen Flunk... Ich habe keinen Flunkkäfer... Nein! Ich habe das Flunkkäfer... Ich habe keinen Flunkkäfer ausgewählt jetzt, richtig? Das ist eine dumme automatische Auswahl. Und warum ist das so schlecht? Das Rokara ist auch so schlecht. Gott, diese dumme Höhle! Komm schon! Das reicht nicht. Kann ich irgendwann mal einen Diamant-Wibbeljong haben? Das ist ein ziemlich cooles Bild. Okay. Also hat ein paar Punkte gegeben. Manche Pokémon sind halt so free. Wie kann das ein 4000-Punkte-Foto sein? Ist das euer Ernst? Diamant-Wibbeljong kann man erst in der ersten Welt machen? Ja, aber da gibt es nur... Ich meine, es dürfte einfach sein, jetzt wo ich beschleunigen kann. Aber da gibt es nur einen Stern-Wibbeljong. So, ob das nicht Diamant ist. Wenn ich auch hoffe, dass es mir das einen Diamant gibt. Das ist nämlich ein erstklassiges Bild. Okay. Seht ihr? Wir haben noch ein paar Diamanten abgestaubt. Gleich das für Level 3? Das fände ich nämlich ziemlich cool. Dann würde ich sagen, wir schauen uns noch Level 3 an. Und dann! Ich will das aber jetzt auch nicht nochmal machen. Wir machen noch irgendeine andere Welt. Und danach gehen wir zum wahrscheinlich letzten Boss über. Was haltet ihr davon? Wo können wir denn nochmal reinschauen? Ah, shit. Ich habe den Wandelwald so gut wie nie gemacht. Aber ich will in den dichten Dschungel schauen. Dichter Dschungel bei Tag. Weil es sowieso jemand angemerkt hat. Dann verlässt du uns. Yep. Oh, das ist ein gutes Bild. Das gefällt mir. Oh mein Gott. Und von denen kann man tatsächlich auch Bilder machen, wenn man... ...bisschen sich beeilt. Und sie tanzen sogar. Oh, das ändert alles. Gehst du bitte weg! Oh, yes. Oh, yes. Wieder zu langsam. Das hätte ich auch schon ganz vergessen. Dass man das noch mitnehmen kann. Warum mache ich die dumme Lino-Bilder? Zeige ich halt an sich schon ewig auf Diamant. Nein, ich will nicht... Ich will das hier an Mega erwischen. Du bist ja ein Mega! So ein Fick war das. Hab ich das gerade gehört? Oh mein Gott. Das Smalllord geht jetzt irgendwo anders hin. Ich habe das Gefühl, ich habe viel verpasst gerade. Hm. Ach ja, hier gab es auch noch dieser Floor. Oh Gott, dieser Welt fehlt mir auch so viel. Von denen kann ich kein Bild machen. Oh, ich habe es erwischt. Ich habe es erwischt! Vielleicht ist irgendwas davon. Ich sehe dich, Platana! Komm schon. Ja, komm hier rüber. Braves Pokémon. Habt ihr gesehen, dass die Fan-Variante von Battleforge spielbar ist? Ich habe es an sich auch runtergeladen. Ich habe es nie gestartet. Warum zählt das als Fully-Purba-Bild? Was haben wir hier sonst noch alles? Weg! Oh mein Gott. Geh weg! Geh weg, du nutzloses Pokémon! Oh mein Gott, ich habe das vier Sterne Felino wieder verpasst. Weil ich zu langsam war. Das war schon wieder zu früh. Nein! Und da ist das Fully-Purba! Nein! Geh nicht! Nein! Nein! Oh Gott. Das Fully-Purba-Full-Full-Full-Full-Full-Full-Full-Stern ist so nervig zu bekommen. Ich meine, viele Bilder sind wirklich nervig zu bekommen. Das ist aber so mies. Lass mich das nochmal machen. Vielleicht war aber wenigstens was Neues dabei. Aber wahrscheinlich nicht. Aber das Letharking ist neu. Das Spring in der Memeion ist ebenfalls neu. Oh Gott. Oh, das sind auch so schlechte Bilder. Und damit meine ich wirklich schlecht. Oh, das ist ein Stern. Dann den zeige ich auch noch nicht auf Diamant. Also von Star Appeal, 10 Monate. Brief Sub. Wie wir lieben Dank. Okay. So, ob das 3.600 Punkte waren. So, ob das 3.100 Punkte waren. Hast du schon mit deinem Wasserfall geschafft? Nein. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dafür auf Level 3 sein muss oder so. Lass mich das aber nochmal machen. Es gibt halt... Ich habe inzwischen ein paar Stunden in das Spiel investiert, aber... Oh, ich habe das Ding jetzt komplett vergessen abzugeben. Oh Gott. Das ist der Frohball. Ich habe Frohball nicht abgegeben. Und Griffel auch nicht. Warum habe ich alle... Warum habe ich nur nach neuen Bildern geschaut? Alle, die nicht neu sind, habe ich ignoriert. Das war... Das war dumm. Das war ein Fehler. So. So weit, so gut. Hat sich direkt wieder schlafen gelegt. Ich weiß auch noch nicht ganz, was man mit dem A-Bock am besten machen soll. Ups. Ich wollte nicht. Okay. Wir werden diesmal aber hier entlang gehen. Oh, hier wären auch ein paar Frohball gewesen. Nicht vor den Griffe ablenken lassen. Komm schon, dieser Floor. Sei doch jetzt nicht so drin. Geh dich doch zu mir um. Oh, das Moorlord singt. Oh mein Gott. Wir haben das Pogchamp Moorlord. Pogseier war, glaube ich, der Name. Ich kriegst doch nicht den Affe. Oh Gott. Jetzt versuche ich, ein bisschen langsamer unterwegs zu sein. Weil ich das Gefühl habe, bei dem Bisa-Floor muss man schneller sein, um ein gutes Bild von dem da unten zu erwischen. Ja, aber ich gebe Gas. Vielleicht bekomme ich irgendwas cooles, wenn ich mich beeile. Aus dem Weg. Geh doch weg. Geh doch weg. Wir müssen den Felinosprung erwischen. Wir brauchen den Felinosprung. Und das aus nächster Nähe. Schau euch das Dreamteam an. Ah shit, ich bin zu weit. Nein, ich bin viel zu weit. Nein. Oh. Nein, ich bin zu weit. Und das Papi, der Latten-Salto gemacht. Okay. Das Fully-Purber ist auch nicht mehr hier. Ha. Heißt, bei Mogi hat man noch eigentlich alles gesehen? Nein, ich werde jetzt den letzten Boss machen. Ich meine, ich habe noch lange nicht alles gesehen. aber ich bin ein bisschen weiter als dieser Dschungel. Du wirst sagen, dass ich den Turbo-Boost schon habe. Komm schon. Gutes Frohball. Ich will das. Attacking. Ist wieder effektiv dasselbe. Ich meine... Ich habe dieser Flores Fettarsch ziemlich perfekt auf dem Bild. Vielleicht bringt das was. Oh yes, singe der Small Lord. Ich habe das Springen denn nicht ganz erwischt. Was wahrscheinlich wenig überraschend ist. Oh, das ist ein besseres Griffel. Komm schon. Ein gutes Frohball ist mir nach wie vor nicht ganz vergönnt. Immer ein gutes Letarking. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ich meine, die Blickrichtung war mies, aber ansonsten... Okay. Yes. Das ist das perfekte Einenstern, ihr Moorlord. Das Kleopad ist nicht mal fast der Rede wert. Dann würde ich sagen... Wir begeben uns ja auf den Weg zum letzten Lumina-Pokémon. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Alle Moorlords auf Diamant. Das war das erste Pokémon, das ich komplett auf Diamant hatte. Ich meine, ganz offensichtlich. Ich bin wirklich erstaunt, wie viel man mit dem Spiel einfach beschäftigt ist, wenn man alles holen will. Das Gefühl, wenn man alle Puppen auf Diamant haben will, kann man auf die 100 Stunden zugehen oder so. Oh Gott, was wird das? Ich hoffe, Stahlos. Oh, es ist Stahlos! Yes. Soll ich's mit Äpfeln bewerfen? Was für ein Tunnel soll ich die Äpfel werfen? Oh, und die... ...stehe. Das ist Timing-Technisch ein bisschen knapp. Oh, jetzt hätte ich... Oh, jetzt hätte ich noch ein paar Leuchtkugeln, äh... ...der Stahlos werfen können. Wie soll ich's auch nur einmal mit, äh... ...den Kugeln treffen? Hier, kann ich da einen Apfel hinwerfen? Nein. Im Nebel ist seine Präsenz zu spüren. Kann ich jetzt da einen runterwerfen? Äh... Ja, ist ein bisschen verwirrend. So am Rande. Hä, wo kann ich jetzt einen Apfel reinwerfen? Da vielleicht? Vor allem ist das alles so weit weg. Was? Manchmal bin ich nicht begeistert von diesen, äh... ...Boss-Kämpfe, äh... ...Pokémon. Eine Kristallblume. Kannst du da rauskommen? Ein Signal entfernt sich. Okay. Ich hab wohl verkackt, wie's aussieht. Ähm... ...Pokémon Battle Revolution war nicht mal ansatzweise in irgendeiner Hinsicht. Äh... ...Einfach nur Schwachsinn. So, wo kann ich jetzt einen Apfel reinwerfen? Da. Okay. So weit, so gut. Oh. Komm schon! Status! Nein! Es war ganz dazu da mit den eigenen Pokémon. Nein! Es hatte kein... Es hatte kein, äh... ...Content, den du nicht einfach hättest, wenn du, ähm... ...die normalen Editionen spielen würdest. Es sah besser aus, dass es besser aussieht. Das war halt Schwachsinn. Wo... Wo ist denn jetzt wieder... Ich erwisch das halt nicht. Immer noch eine Präsenz im Nebel. Das ist doch dämlich! Ich kann aber so kein Bild davon machen. Battle Revolutions ist kein Nachfolger von, äh... ...Pokémon Stadium. Was ist das jetzt? Was ist denn jetzt? Was soll das denn? Ich mein, ich hab ein Bild von dem Stahlos gemacht, denke ich. Aus dem Hartmaufenster hat, äh... ...Edin Giral und, äh... ...Mad the Brainer subgiftet. Wie viel lieben Dank. Wie viel lieben Dank. So Schwachsinn. Oh-oh. Halt, Ruin, die etwas mit Lumina-Pokémon zu tun haben. Oh-oh. Da sollte noch eins in der Mitte sein, oder? Die Ereignisse ist ja Legende. 2000 Jahre alt? Haben die Pokémon Jesus, äh... ...beschützt? Jetzt im Grunde, warum man ausrechnet, dass die Lumina-Pokémon sind. Nein, ich denke nicht. Sie haben die Menschen vor den Meteoriten beschützt. Das ist etwa Lumina-Pokémon. Ja, äh, bist du... ...bist du eigentlich... ...bist du letztens in letzter Zeit auf den Kopf gefallen, Professor? Da oben sind Bilder von den, äh... ...Kristallblumen. Glaubt ihr, sind, äh, Lumina-Pokémon da auf dem Bild? Oh, sie haben, äh... Von Zero-Zart, äh, vier Monate. Resub. Vielen, vielen lieben Dank. Kann ich mein dummes Bild abgeben? Das ist mein einziges gültiges Bild, das ich von Stahlos hinbekommen habe in zwei Durchläufen. Das ist kein Stein, das ist Stahl. Seht ihr? Da haben wir ein, äh, Bronze, äh, Lumina-Pokémon-Bild. Und ihr dachtet, das ist nicht machbar. Da lag der wohl falsch. Aber ernsthaft, das... Ich weiß nicht ganz, wo ich das am besten... ...wie und wann und wo ich das am besten erwischen kann. Vielleicht, äh, breakt man das Ganze, äh, wenn man den Turbo einsetzt. Vielleicht ist das der Fehler. Ich weiß es nicht. Und etwas Neues zu, äh, Lumina-Pokémon zu erzählen. Oh, oh. Die Energie sammelt sich. Oh, oh, unser letztes Ziel. Ich bin bereit! Jetzt müssen wir Bilder davon machen. Die Wandbahn reizt wirklich überraschend. Sie weiß, dass es noch ein weiteres Lumina-Pokémon gibt und nicht nur das... Oh, Gott. Ich hoffe... Ich meine, es wird wenigstens legendäres Pokémon sein. Das heißt, das wird ganz nett, aber... Sache ist die, dein Signal kommt von einer kleinen Insel, die nicht auf dieser Karte verzeichnet ist. Ich glaube, dabei handelt es sich um die Legendenvorkommen der Aurum-Insel. Oh, das wird ja sowas von, äh, wie, ähm, der letzte Bosskampf aus Teil 1. Da war man auch in so einer, ähm... ...ähm... 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 Das ist ein richtiges Gebiet? Das ist ein richtiges Gebiet. Das ist ein Hund-Dämon. Hund-Dämon mach ich natürlich. Oh. Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, es kommt einfach nur der letzte Kampf oder so. Ja, ich habe das Kristall halt gesehen. Äh, die Kristallblume. Oh, da oben ist eine. Ist das die, die leuchtet zufälligerweise? Sieht aus, als würde sie leuchten. Gibt es immer Gründe, warum, äh, Lumina-Pokémon nicht alle Legendary sind? Äh... Bestimmt. Oh! Ein Molunk! Und ein U-Hafnir. Oh, das ist so ein gutes Bild. Yes! Ich habe noch ein paar vernünftige Bilder hinbekommen. Was ist mit dem Molunken da drüben? Schaut, dass man Popa nicht mehr ausräuchern kann. Ja, ja. Oh. Uh. Schau mal her! Yeah. Was genau... Okay. Ich habe das Gefühl, der Knabbel stinkig auf mich. Herzförmige Flecken auf der Wand zu sehen. Uh, ein Megalon. Oh, das sind kleine Figuren von all den Pokémon. Uh. Und da ist ein Golgantes. Oh, das ist ziemlich cool. Oh, mein Gott. Golgantes ist super beängstigend. Ich denke, wir haben ein paar gute Golgantes. Äh, ich denke... Oh, Natu! Oh, mein Gott. Natu, warte auf mich. Schaut zu mir rüber. Oh, Gott. Natu schaut nicht zu mir rüber. Mehrere tiefe, äh... Clown-Spuren. Nein, ich habe gleich keine... Mh... Mh... Ich habe gleich keine Bilder mehr übrig. Und hier muss man alle seine... Lumina-Kugeln kombinieren. Wow. Wow. Blühen in derselben Anordnung wie die Statuen. Hätte er im Schlaf den Golgantes befindet sich ein rätselhafter Sockel. Hm. Ziemlich interessant. Ich meine... Ich habe nicht viel erwartet, aber... Das ist ein relativ cooles Gebiet. Ich dachte mir, warum haben wir jetzt random noch ein neues Gebiet? Aber das ist nicht einfach nur irgendein Gebiet. Das Gebiet hat eine Lore dahinter. Jetzt spielen wir noch Entwicklungen, die man selbst triggern muss. Nein, ich glaube nicht. Ich habe bis jetzt zumindest keine gesehen. Ich kann aber nicht ausschließen, dass es vielleicht welche gibt. Brrrr. Hat mir ein gutes Kotomi. Ja. Ich denke, das könnte gut sein. Natu. Oh, das ist vier Sterne, Natu. Klar, nehmen wir mit. Hm. Mullung, schätze ich. U-Hafnir. Davon hatten wir auch ein gutes. Oh. Yes. Symbolare. Hm. Oh, das sieht super cool aus. Ich nehme das. Megalon. Okay, es sind alles nur Ein-Stern-Bilder. Das heißt, wir können auch das mitnehmen. Hm. Ich denke, das dürfte ein Diamant Golgantis werden. Warte, welche sind das? Zwei Sterne Golgantis. Ich weiß nicht, warum das zwei Sterne ist, aber wir nehmen dann doch lieber das mit. Und da ist die Kristallblume. Hey. Oh, das Hundemon-Bild ist wirklich cool. Reicht doch für die 4000. Oh, yes. Kotomi. Das könnte auch direkt für Diamant reichen, ehrlich gesagt. Und? Oh. Easy. Aber jetzt haben wir wieder die Diamanten. Das ist natürlich wahrscheinlich nicht Diamant. Dafür ist es viel zu weit weg. Ich weiß noch nicht, wie man näher ran soll. Das Molunke ist leider auch nicht allzu gut geworden. 3700? Was? Komm schon, U-Hafnir. Du bist doch auch Diamant, richtig? Oh, das könnte mein bestes Bild bisher sein, tatsächlich. Das ist auf jeden Fall mit eins der generell besten. Simulara ist auch super cool geworden. Pose 969. Oh. Ebenfalls mächtiges Bild, das wir da abgeräumt haben. Megalon. Ich glaube, es ist zu klein auf dem Bild für Diamante, aber es ist ziemlich mittig. Das heißt, das könnte noch viel retten. Das war nicht wahr, knapp. Oh mein Gott, wir sind auf einer Diamant-Streak gerade. Yes. Ich meine, dass das Diamant wird, war keine Überraschung. Oh mein Gott, es wurden fast alle Diamante, die ich gemacht habe. Dann würde ich sagen, es ist an der Zeit, die Blume zu werfen. Ich überlege, ob ich mir vorher noch was zum Trinken holen will. Das hat doch fast gerechnet, um auf Level 2 zu gehen. Ja, 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 ist okay. Wir haben, wir haben kleine Achievements. Übrigens. Oh, oh. Darf's gespannt sein. Jetzt liegen die Daten aller, äh, Kristallblumen vor. Hat's nicht vorhin 5000 Punkte? Ich hatte noch kein normales Pokémon 5000 Punkten. Das bei den, äh, Lumina-Pokémon ist halt, das zählt nicht wirklich. Die haben nämlich 1500 Punkte-Pose und sowas. Okay, jetzt gibt's da verschiedene Arten von Ruinen. Wenn wir gerne, wie sie dort lüften können, wird sich das sicherlich unserer Forschung vorantreiben. Okay. Und wir haben die Kugel. Äh, ich würde mir auch schon was zum Trinken holen. Und dann, wenn wir ein paar, äh, goldene Lumina-Kugeln werfen. Und ja, äh, bis gleich. Und dann, wenn wir ein paar, äh, bis gleich. Und dann, wenn wir ein paar, äh, bis gleich. Okay, und ich bin fast auf der Rolle von meinem Stuhl ausgerutscht und hingefallen. Das wäre unangenehm geworden. Okay. Ruinen. So, jetzt bin ich mal ziemlich gespannt, was ich mit der Lumina-Kugel inzwischen anrichten kann. Na, das war nicht gut. Warum versuche ich das zu? Teile ich das nicht auch schon auf Diamant? Müsste ich. Oh. Was macht ihr hier? Hm. Na, wie auch immer. Sollte ich ja vielleicht nicht allzu viele Bilder verschwenden. Das ist okay als Bild. Das kann ich dich vielleicht mit dem Apfel abwerten. Nein. Nein, das kann ich nicht. Der Molunk kommt rausgekrabbelt. Molunk! Schau mal rüber. Molunk! Na, das kommt nicht noch mal raus. So. Symbolare. Ich vergesse immer den Namen von Symbolare. War ja nicht noch eine Blume? Nein. Versuchen wir doch damit direkt noch ein Bild zu machen. Ne, das will ich nicht. Dummen Strahl haben wir schon. Genau, hier waren noch die Herzen der Wand aus irgendwelchen Gründen. So. Da unten wäre die erste Blume zu erwischen. Ich weiß nicht ganz wie. Ich wollte gerade sagen, bin ich überhaupt noch online? Ist der Chat disconnected oder sowas? Oder hat er einfach zwischen der Zeit, als ich aufs Klo gegangen bin und da ist jetzt Anfang einfach niemand mehr was geschrieben? Was okay ist? Oh, wir bringen die Wächter zum Leuchten. Das kann ich akzeptieren. Ich finde mich auch ziemlich langweilig. Nein, wir sind da. Okay. Wie gesagt. Oh, Hundemann. Oh, den Sprung hätte ich gerne fotografiert. Oh. Oh. Nicht die Blume vergessen. Jetzt legt Golgantis richtig los. Vermutlich. Was ist das da vorn? Oh, oh. Ich glaube, ich habe die Blume verkackt. Nein, sie ist da drüben. Na ja, und da ist noch ein Molung da hinten unterwegs. Na, tu. Jungs, ihr müsst da mal, ihr müsst da mal weg. Ernsthaft. Ja, weg. Weg mit euch. Nein. Nein, 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 nein. Nein, tu mir das jetzt nicht an. Huh. Oh, nein, ich darf nichts verpassen. Wo ist die Blume von hier? Oh, nein. Ist das die in der Mitte? Oh, das wird wahrscheinlich die... Nein. Oh, nein. Oh, nein. Es ist der Dem... Oh, nein. Oh, wir haben es doch erwischt. Es wäre der Demgulgantis. Und dann fehlst noch du in der Mitte. Ja, die Strecke kommt mir anders vor als sonst. Warum? Okay. Seid ihr bereit, den ultimativen Strahl aufzusuchen? Könnte ich mir einen Apfel werfen? Geh, 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 geh rein. Jetzt geht's los. Ich mein... Das ist relativ cool für das Finale von dem Spiel, in dem es darum geht, der Bilder zu machen. Oh, Golgantis kann ja fliegen. Oh, 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 oh. Erstmal zurück ins Basiscamp. Außer von Schmusekatz, seit 23 Monaten. Re-Sub, wieviel lieben Dank. Puh. Generell muss ich aber sagen, das ist, äh... Ich mein, die Umgebung ist cool, aber... Haut mir nicht um aus der Sicht von den Gebieten, die es so gibt. Das ist irgendwie auch wieder... auch wieder nur eine Höhle. Ich glaub, wir haben ein paar gute Bilder gemacht, dieses Mal. Ja, nehmen wir das mit. Tumi. Ich weiß nicht, was ich mir erhoffe, gemessen daran, dass ich schon, äh... ziemlich Perfektes hab, aber... Hm. Dürfte ein besseres Moluk sein. Symbolara. Komm nicht bei dir nicht. Mal versuchen wir es damit. Damit aber habe ich eins vielleicht mit einem Stern, das besser ist. Näh. Na, nehmen wir das. Golgantis. Das hat auf jeden Fall irgendwas anders gemacht. Das hat ein bisschen vor sich hin gewackelt. Und dann hoffe ich, dass wir vielleicht... Hm. Die Frage ist, will ich das Schlaf... Wir versuchen das Schlafende Nato nochmal, okay? Dass das gerade aufwacht, ist verlockend, aber das Schlafende Nato ist näher dran und wir brauchen jeden Zentimeter in Größe, die wir bekommen können bei so einem kleinen Pokémon. Ah, war okay. Dafür, dass es ein random Bild war. Als ob das ein schlechteres Bild ist. Yes. Diamant. Ich habe das Gefühl, man kann die Pokémon hier generell alle ziemlich leicht auf Diamant bringen. Irgendwie. Ist das ein Diamant, wird es auch keine Überraschung. Komm schon. Oh, yes. Was? Nein, warte. Das reicht nicht. Ich vermute, man muss das Nato aufwecken, damit man es auf Diamant bringen kann. 500 Punkte werden auch, wenn ich etwas näher dran bin, nicht drin sein. Hey, Level 2. Ich bin aktuell nicht wirklich interessiert dran, weil ich die Ruine nicht sonderlich mag. Ich bin eher gespannt, jetzt den Boss zu sehen, ehrlich gesagt. Welche Neuigkeiten hast du für mich? Sind es vielleicht die Neuigkeiten, dass wir zum letzten Boss gehen können? Ohne das... Okay, passt auf. Ich werde jetzt eine Frage stellen, auf die nur Leute antworten dürfen, die das Spiel nicht kennen, logischerweise. Was würdet ihr sagen? Wer ist der letzte Boss? Ich sage, im Original war es Mew, jetzt wird es Mewtwo sein. Ich meine, Flagmon wäre auch ziemlich cool. Na, ich denke, Mewtwo ist, äh... Ich meine, Mewtwo ist so ähnlich wie Mew, deswegen ist es mir relativ sinnig zu sein scheinen. Illumina-Zone. Los geht's! Oh, Ho-Oh wäre super cool. Was könnte das sein? Oh, es geht los! Oh, es ist Xernia's. Oh, oh... Ich meine, Xernia's ist cool und alles, aber... Yeah. Ja, ich habe das Gefühl, es gäbe ikonischere, legendäre Pokémon. Xernia's müsste storytechnisch Sinn ergeben, weil ich glaube, Yveltal wollte die Welt zerstören mit... Äh, in dem es, äh... Yveltal bringt den Tod und da ging es ja auch darum, die Welt zu zerstören mit so einer Kanone und sowas und Xernia's, äh, schützt die Welt wohl davor. Xernia's ist Generation 6. Das Titel-Pokémon von, äh, Pokémon X. Ich meine, ja, Xernia's ist cool. Aber... Was soll ich jetzt eigentlich gerade machen? Lumina-Kugel, okay. Oh, ich liebe... Ich liebe... Das... Warum kann man nicht... Kann man... Warum kann man kein Lumina-Kugel-Autofeuer machen oder so? Ach, Gott! Jetzt schleuchte mal los! Wo ist es? Ist auf jeden Fall schon mal sehr verträglicher als das dumme Stahlos. Nice-Arsch, danke! Für sowas muss man viel trainieren. Ich kann dich so nicht erwischen, Xernia's. Oh, ich kann auch einfach Gas geben. Ich denke, das werde ich jetzt auch tun. Es haut schon wieder ab. Ja, da ist die Prophezeiung wieder. Ich habe schon gesehen. Ich hoffe, dass die Welt in dem Spiel noch untergehen wird. Weil es Meteorit nageln wird oder so. Oh, ich dachte... Mein... Mein Tipp war übrigens... Und es ist es immer noch, dass der Bösewicht aus dem Spiel Endynalus ist. Ich denke, es ist noch nicht ausgeschlossen. Vielleicht ist er auch ein Zoroark, ja. Wenn der Meteor... Wenn der Meteor-Hagor zur Legende wiederkommen würde, das wäre ein Twist. Mein Gott. Außer von Raik und Sonny. Äh, frischer Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Haben wir es jetzt? Das ist immer ein bisschen langweilig, aber... Das ist auch der Kampf gegen Lumina-Pokémon. Die sind immer ein bisschen nicht so aufregend. Und jetzt der Hyper-Strahl. Beim Thema Meteorit hat er auch ein Quasersinn gemacht. Hätte es? Oh ja, stimmt. Mach den Schild, der uns schützt! Vor den Sünden! Der Sünder! Bringe uns ins gelobte Land! Warum bist du zum Baum geworden? Wo... Wo ist das gelobte Land? Oh, Raik-Quaser wäre so dermaßen cool gewesen. Die Sache ist, die meisten Legende, deren Pokémon wären cooler gewesen als Xerneas. Jetzt ist es ein Xerne-Mogelbaum. Ich glaube, ich hatte ein okayes Bild. Ich schätze, ich nehme das. Immerhin hat es noch für 5000 Punkte gereicht. Hey! Level 2! Übrigens... Okay, erzähl mir davon. Erzähl mir, wie wir die Welt gerettet haben. Warum stand die Welt nicht mehr auf dem Spiel oder so? Hm. Äh, das ist der dritte Stream mit dem Spiel. Es gibt also wirklich noch ein Lumina-Pokémon. Die Wandmalereien hat er also recht. Hm. Daher stellt sich die Frage. Ist das, was auf der Wandmalerei abgebildet wird, wirklich so passiert? Vielleicht hat Xerneas alle zusammengerufen. Und dann haben sie Lentil mit einer Art Barriere vor den Meteoriten beschützt? Eine Barriere, die ganz Lentil umgeben hat? Hm. Ist ganz bestimmt so gewesen. Das würde bedeuten, dass die Menschen, die die Ruine errichtet haben, den Lumina-Pokémon geholfen haben. Aber das mit dem Meteorit ist 2000 Jahre her. Hätte Xerneas nicht schon längst erwachen müssen. Vielleicht war das Ganze ja wahnsinnig anstrengend, sodass selbst 2000 Jahre Schlaf nicht ausreichen. Das ist einfach nur Wissenschaft an dem Punkt. Vielleicht war es erschöpft. Weiß ich doch nicht. Du bist ja Forscher. Hast du einen besseren Vorschlag? Ich hoffe, es ist ausschließlich dir genug, Lumina-Pokémon zu begegnen. Weil ich ein luminisierter Gott bin. Ihr beiden wisst es, oder? Was? Oh, was? Na, Logo! Weil die Pokémon mich lieben. Und ich liebe die Pokémon. Freundschaft! Die Freundschaft war das, was uns die ganze Zeit war. Die Macht der Freundschaft hat's wieder mal geschafft! Yes! Freundschaft und Liebe! Gut! Verstehst du's nicht, Professor? Diese schwachsinnige Story! Was sollte irgendwas von der Story? Oh Gott, so ein Schwachsinn! Oh, sehen wir jetzt meine Bilder? Oh, das gefällt mir ziemlich gut für die Credits. Ja, wir sehen jetzt ein paar verschiedene von meinen Bildern. Oh, das werde ich mir nicht entgehen lassen. Außer im Theatergang. 26 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Puh! Was ist das für ein Ende? Ich denke, sie hätte wenigstens den Meteor-Schauer zurückholen können oder so. Ich meine, sie hätte nur eine Cutscene dafür machen müssen. Bisschen seltsam. Oh, das gute Evo-Lie-Bild. Bisschen seltsam, dass es einfach so endet. Wird so gut wie im ersten Teil. Was ist dein Fazit? Ich meine, aktuell würde ich sagen, dass dieser Teil besser als der erste Teil ist. Es gibt halt so viel mehr zu sehen und so viel mehr zu erledigen. Ich meine, ich habe auch jetzt, wo ich es durchgespielt habe, nach all der Zeit gefühlt nur an der Oberfläche gekratzt. Also, es gibt noch so viel mehr zu erledigen, wenn man die ganzen, wenn man die Pokémon in verschiedenen Sternen und so was haben will. Ich finde das ziemlich cool. Ich habe mir vorgestellt, dass mir noch mindestens ein Drittel der Pokémon fehlt. Ich meine, ja, die Story ist super lahm. Aber, ja, das ist ziemlich cool. Ich wünsche dir auch, dass man generell die ganzen Dialoge in Source hätte skippen können. Das wäre echt cool gewesen. Aber vom Spiel an sich, ich würde sagen, 214 gibt es. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich habe. Vom Spiel an sich würde ich sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Und sie haben all die Stärken, soweit aus dem ersten Teil, erfolgreich wieder ausgespielt. Also, dass man in der... Das ist die Sache, die ich immer erzählt habe. Die Sache bei Pokémon Snap war immer, was es ausgezeichnet hat, war, dass man in einer Welt unterwegs war, welche sich lebendig angefühlt hat, quasi mit den Pokémon. Was nach wie vor eine Sache ist, die irgendwie nur die Snap-Spiele geschafft haben. Und ich denke, das haben sie wieder unglaublich gut hinbekommen. Klar, das ist eine klare 8 von 10. Yeah, 8 von 10 fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Ist nicht perfekt. Sollte es wahrscheinlich mögen, aber... Ich denke, es ist sehr motivierend. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass der Algorithmus wie die Punkte für die Bilder erkannt werden, dass das immer noch ein bisschen wackelig ist. Aber ziemlich, ziemlich cool. Was natürlich gefehlt hat, wäre zum einen, dass die Werkzeuge, die man hat zu seiner Hand, wie die Pokéflöte, der Apfel und die Dingenskugel, dass die tatsächlich irgendwas machen. Das war eine Sache, bei der ich immer das Gefühl habe, dass man mit Pokémon einfach eins von den drei Dingen spammt. Und hofft man, dass eins von den drei irgendwas bringt. Das ist ein bisschen... Das ist so der größte Schwachpunkt, würde ich sagen. Die Interaktion von einem selbst ist sehr überschaubar. Das war halt im ersten Teil wesentlich besser geregelt, wo man wirklich Pokémon wohin locken konnte, damit sie was machen, miteinander interagieren und sowas. Hier ist es wirklich mehr die Raid-Shooter-Sache, wo man wirklich nur beobachtet, größtenteils, was die Pokémon machen. Man kann mit der Umgebung ein gutes Stück mehr interagieren, aber nicht mehr mit den Pokémon selber. Was auf der einen Seite schade ist, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dadurch, dass man die Pokémon trotzdem, dadurch, dass man mit der Umgebung interagiert, in so vielen verschiedenen Situationen sehen kann, dass es einfach zu viel cooleren und viel spaßigeren Situationen sorgt. Ich meine, allein die Stelle... Wenn ihr euch die Bilder anschaut, da habe ich so viel... Obwohl man nicht so viel mit interagieren kann, aber bei diesen dummen Bildern... Ich habe viele Touren durch das Spiel gedreht, um diese Bilder hinzubekommen, okay? Ich habe mir Mühe gegeben. Das war jetzt auch nicht so einfach. Na, das ist eine Bältrippe. Ich denke immer noch, dass das nicht so gut ist. Aber ja, es gibt super viel zu erledigen. Und ich denke auch, sie in die verschiedenen Situationen zu finden und überhaupt herauszufinden, wie man sie in die Situation bringen kann, das ist halt so viel vielseitiger. In Teil 1 war es halt so, dass hier ein Pokémon, wenn man es vor sich hat, da gibt es halt dann eine Lösung, was du damit machen kannst. Aber in dem Spiel ist halt bei jedem Pokémon so viel verschiedene Dinge. Man muss sich überall so viel umschauen, um alles zu sehen. Und ich denke, das ist ziemlich cool. In normalen Spielen sterben aus dem Keine Finion. Ja, das stimmt. Ich denke, ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich noch die 100% hole in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so weit gehen will, dass ich alles auf Diamant hole. Aber ich würde schon gerne mindestens alle Pokémon holen im Jahr für alle Posen und dann vielleicht auf Diamant. Ich weiß nicht. Ich denke, das ist ein ziemlich gutes Spiel, um es dem beizuspielen. Pokémon Snap war so kurz, dass man es einfach spontan durchspielen konnte. Aber ich denke, bei dem Spiel funktioniert es ganz gut. Ab jetzt gibt es Legendaries. Ich denke, bei dem Spiel funktioniert es ziemlich gut, dass man einfach für ein, zwei Stunden anmacht, um ein paar neue Pokémon zu grinden, damit man davon die fehlenden Bilder noch bekommt und sowas. Man hat eine Liste, die man quasi abarbeiten kann. Das Geerock nicht vergessen, wie es die Laberfiel. Ja, das würde ich nie vergessen. Aber ja, ich denke nicht, dass ich allzu viel noch im Stream machen werde. Ist alles Diamant, nicht 100%. Ich meine, kommt drauf an. Ich denke, wenn man alle Pokémon und alle nur in Posen hat, kann man das auch durchaus als 100% gelten lassen. Ich kann es natürlich dann sagen, hm, aber warum sind die nicht auf Diamant? Ich meine, ja. Kann man wahrscheinlich auch gelten lassen, aber ja. Ah, ich weiß nicht, ob ich es noch streamen werde. Ich meine, vielleicht irgendwann mal, wenn mir nebenbei nichts einfällt. Aber ansonsten, ich denke, wir sind streamtechnisch soweit fertig mit dem Spiel. Ich habe auch das Gefühl, dass wir sowieso kurz vor dem Punkt wären, wo das Ganze etwas langwierig werden würde, weil ab irgendeinem Punkt läuft das Spiel einfach nur auf Grinding hinaus. Dementsprechend. Wir haben einen ganz guten Punkt soweit gefunden, würde ich sagen, um zu sagen, wir haben es im Stream erfolgreich abgeschlossen. Das ist auch das erste Mal seit dem Jahr oder so, seit ich in einem Stream-Spiel durchgespielt habe, dass es nicht Metroid ist. Oder Dark Souls. Das Lückenfüller finde ich es okay. Yeah. Aber dann, wenn ich drüber nachdenke, ist Isaac ein besserer Lückenfüller. Oh, hey, da ist mein Natu. Wir sind noch bei den Credits gleich durch. Battlefront 2 hast du auch durchgespielt. Ich meine, yeah, okay. Es gibt aber noch eine Strecke. Es gibt noch so viel. Es gibt noch so viel. Wir sind auf jeden Fall für heute erst mal fertig. Apropos, was mit unseren Tieren lässt sich weisen. Ich habe zwischenzeitlich nur, äh, Pokémon, ähm, New Pokémon Snap gestreamt. Keine Ahnung, wir werden sehen. Ich habe generell diese Woche genau einmal gestreamt. Nur das ist heute. Oh, ne, da war das Xenia-Spilt. Uh. Ah, erinnert dich noch an die Charaktere, mit denen wir so viel Zeit verbracht haben? Ja, ich auch. Ich erinnere mich auch. Äh, hallo? Wir haben echt viel erlebt, was? Das kannst du laut sagen. Wir haben die gesamte Lanty-Region erkundet. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Vielen Dank. Meine Forschung ist noch lange nicht abgeschlossen. Die neuen Erkenntnisse werden mich eine Weile beschäftigt halten. Mhm, 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 mhm. Mhm, mhm, mhm. Ja, danke für's Sinn. Dann lass mich dir die, äh, Streckenpunktzahl erzählen, erklären. Ich habe jetzt ein neues Bewertungssystem entwickelt, um zu sehen, wie du dich auf jeder einzelnen Strecke schlägst. Strecke, werden die wohl genannt. Gut abzuschneiden, sollst du dich, äh, nicht nur auf gute Fotos konzentrieren, sondern auch auf viele verschiedene Pokémon fotografieren. Meinst du den Serienbildmodus? Okay, jetzt kann ich einfach, äh, Bilder machen, spammen. Sehe ich das richtig? Hm. Was sind jetzt noch mehr tolle Neuigkeiten? Das Schrift kann man jetzt abends erkunden. Oh, das ist ziemlich cool. Okay, können wir jetzt... Sind wir fertig? Okay. Forschungsexperte, verpixelt. Dann würde ich sagen, es gibt noch eine Menge zu erledigen, aber... Sieh was, wir schauen uns das Riff noch an bei Nacht. Wir schauen uns das Nachtriff noch an. Ich mein... Ich mein, komm schon, wenn wir schon mal hier sind. Beziehungsweise Abendriff. Können wir das noch machen? Dann haben wir wenigstens einen vernünftigen Abschluss für das Ganze. Und nicht dieser komische Xerien, der ist Kampf gefolgt von der dummen Story. Dann können wir ein neuer Teil von Pokémon Namenszerkunft wahrscheinlich gar nicht. Schau euch die E-Skala an, wie sie schwimmen. Das Riff mochte ich auch nicht allzu sehr. Ich wusste nämlich nie ganz, wo ich bis dahin schon soll. Reinschuss zurück! Ich glaube, da war ein gutes Bild dabei. Oh, Shiggy blubbert! Blubber mal los, Shiggy! Okay. Kommt hier, sollt hier nicht jemand rausspringen? Hey! Hey! Oh mein Gott, hier sind sogar schlafende Weilort geparkt. Ich die Kugel reinwerfe vielleicht? Was macht das Swing... Oh! Ich wollte gerade sagen, es macht das Swinger bei dem Shiggy. Aber es ist gar nicht bei dem Shiggy, es ist mehr bei mir. Oh, das ist ziemlich cool. Oh, und die Musik aus dem Spiel ist super fürchterlich verglichen mit... Ja, die Montags sind da. Verglichen mit dem ersten Teil. Beziehungsweise, ich würde fast sagen, es ist nicht mal ein Vergleich zum ersten Teil. Die kommt mir so winzig vor. Naja, es funktioniert so nicht. Oh, ich würde gerne noch ein Drift-Zappli reinbekommen. Wenn wir die Möglichkeit hätten. Oh, dieses Pokémon war so eine Enttäuschung. Robbal war so cool. Ich dachte mir, yeah. Ich habe mich für den besten... Ich habe mich für den besten Starter entschieden. Und dann... Nach und nach wurde... Kam dann das bei raus. Nein, mach doch noch was. Nein, Drift-Zappli. Yes. Eventuell war das noch okay. So ruhig hier. Um zu der späten Stunde. Oh, die haben sogar einen Abras. Nein, ich hätte hier einen anderen Weg gehen können. Interessant. Außer von Shout-Up Purr. 33 Monate. Re-Zapp. Wie viel lieben Dank. Oh, dann wäre ich wahrscheinlich näher an die Labras rangekommen. Puh. 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 Ich mag es, dass ich Bilder so gemacht habe, dass der Apfel alles blockiert. Komm mal her, Labras! Ich glaube, es kommt nicht so ganz drüber. Okay. Dann hauen wir ab. Puh. Puh. Wenn es sich gegen Boards entscheidet, ist es selbst schuld. Stimmt mit Ropperl nicht. Ich werde euch sagen, ich bin nur bereit, dass du das Spiel tatsächlich durchspielt hast. Dann hat er eine erste Reaktion. Letzte Woche hatte ich erwartet, dass du es für einzuspielen und danach wieder... Wieso? Was? Habe ich mich dem Spiel gegenüber negativ geäußert? Ah, die sind beide nicht so gut. Versuchen wir das. Finde ich das Spiel kacke? Ich meine, ja, ich fand die Story nervig, aber... Ich werde gar nicht erst versuchen, ein anderes Weilerbild zu machen. Aber die Story ging auch zu Ende. Schlechtes Reitschuh. Driftzeppli. Oh, zwei Sterne Driftzeppli ist neu. Oh nein, es wurde sehr hart getroffen. Ich mag das. Nehmen wir das mit. Ist auch okay. Lapras. Oh, grimmiges Lapras. Und Perlu. Wie war es mit Apfelperlu? Story in so einem Spiel ist auch irgendwie komisch. Ich meine, das komische ist, dass Dialoge sind, die man nicht skippen kann. Nicht gut. Gastella. Ebenfalls wieder mal Gastella. Ist auch super schwer, ein gutes Bild von zu bekommen. Komm schon. Gutes Driftzeppli. Yes! Driftzeppli-technisch sind wir auch ziemlich gut dabei. Möchte ich einfach mal anmerken. Oh nein. Diamant. Lapras. Das ist halt viel zu weit weg. Deswegen hätten wir uns das an dem Punkt eigentlich auch gleich sparen können. Ebenfalls kein gutes Perlu. Das war's. Ja, waren keine so guten Bilder. Aber gut, dann würde ich fast sagen. Oh, die Streckenpunktsaunt, der Rekord. Ja, du hast von der Spreckenpunktzahl erzählt und ich habe beschlossen, dass es mir wirklich egal ist. Also, ziemlich cool. Abend. Okay. Dann würde ich sagen, wir sind so ein Fertig für heute. New Pokémon Snap. Ja, was wir die Tage dann noch streamen werden. Wahrscheinlich werde ich morgen streamen, aber ihr werdet es sehen. Daher vielen Dank fürs Zuschauen. New Pokémon Snap. Gutes Spiel. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.